Let'schen, Rapschen, Let'schen, 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 Let'schen. So, jetzt fängt es erstmal wieder an, dass ich meinen scheiß Livestream suche. Also ich habe den Chat hier zwar vom Dashboard, aber ich will den immer so haben, wie den anderen wehen. Äh. Ich bin eine Ente. Hallo Horror Ente. Was geht? Hallo an alle Double P's, hallo an alle Double P's. Alter, wie der Chat abgeht. Yo, übertreib's halt. Oh, Vertox. Ja, 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 ja. Eie, ja, ja, jetzt scherz, der ist ja noch abgeh, alter. 3D oder fett? Och, nö, jetzt kommt er mit demselben Weg. Weil gestern hat jemand gesagt, ist das hier 3D oder warum bist du so fett? Und jetzt muss das jemand, so ein kleines Kiddy muss das jetzt wieder wiederholen, weil ich darüber gelacht habe gestern. Basti. So, ich habe die Kameraposition mal ein bisschen gewechselt, damit man auch mal ein bisschen meinen Bauch sieht. Ich habe mir das ja nicht umsonst antrainiert. Und jetzt kann ich den hier auf jeden Fall ausmachen in der Mitte. Und jetzt können wir das Spiel auch wieder starten. Holt. Anschlag, Anschlag! Zerreng. Hallo Wassermelone, alles klar bei dir? Ja, 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 ja. Wow. Ja, moin an alle auf jeden Fall. Moin, 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 moin. Yeah, der Light Eyebeats ist auch wieder back. Freut mich. Wir werden auf jeden Fall das Game starten. Ähm, ich werde, ich habe den Stream heute wieder auf 720p 60fps gemacht. Ich will das nicht machen. So, mein Game hat voll oft rumgelegt. Das hat sich komisch angefühlt von der Performance so ein bisschen. Und ich will mir jetzt einfach eine krassere CPU holen, damit ich alles auf die CPU legen kann. Und es dann auch rumleckt und sich einfach wieder schön anfühlt. Weil ich will auch was reißen in dem Game. Stream ist auch wichtig, aber halt auch was reißen. Das ist mehr richtig, ja. Und wenn man mehr FPS hat, dann hat man einen Vorteil und fühlt sich besser. Ich glaube bis 120 FPS war das gewesen, dass man sich irgendwie, dass man tatsächlich sogar einen Vorteil hat. Dass man Leute früher sieht. Das sieht man ja mal in diesen Tests. So. Moin an alle, moin an alle. Was für sechs Zuschauer. Das sind keine sechs Zuschauer. Guten Abend und einen schönen Stream. Thank you very thank you. So, dann. Bei mir sind hier zehn Leute online. Nee, der war jetzt nicht dabei. Der, der, der. So. Da fehlt noch die vierte Person, die ich gerade eingeladen habe. Oh, sorry. Ja, sorry. Hallo Rivex, der ist back in the business. Nice. So. Ja, sind wir vier, oder? Ja. Ja, Kilian. Da hat jemand GoRiseInPower geschrieben. Was? Was mir den Prozessor gesagt hast. Ach so. Okay. Na klar, Wasserminode. Bei mir ist alles bestens. Oh, Doppelpiece an dich. Blot 3. Was? Verstehe ich jetzt nicht. Auch wenn, äh, äh. Er hat es geschrieben? Auf jeden Fall, ja. Doppelpiece auch an dich. Ähm, wir machen jetzt einfach mal Ready. Wir machen alle Ready. Ich hab schon Ready. Warum steht das am Matching gecancelt, wenn man doch noch ein Match findet? Ja, ich auch nicht. Das ist Players Unknown. Doch, jetzt leckt es doch wieder rum. Ich raff's nicht. Dann hätte ich auch auf 1080p gehen können, wenn es jetzt so ist. Wie viel leckt das gerade? Was ist besser? P, U, B, G oder HNZ1? Hm, das ist ja eine... Das ist ja eine... Das ist ja eine andere Spiel. So, dann... Ist beides gut eigentlich, aber... Ich mach das hier. Auch. Also hier brauchst du ein bisschen, ich glaub ein bisschen mehr Skills, so. Richtig. Movements und sowas. Und ich find auch, man hat hier viel geilere Waffen. Und es spielen einfach mehr Spieler, deswegen denkt man, dass es zukunftssicherer ist. Wenn man hier jetzt trainiert. Ja. Aber es geht mega ab. Das ist so von nichts gekommen. Dann haben auf einmal alle gesagt, ey, holt euch das. Das ist viel besser als HNZ1. Und jetzt dominiert es ja komplett. Ja. Das Spiel. Das geht halt direkt los. Wo kommen wir denn rein? Ah, von unten. Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin, ist die Frage. Sicher? Okay. Ja, ist egal. Da kommt viel... Ja gut. Dann machen wir, wenn die nächste Runde gut ist. Ja, direkt. Bin in den Tod. Aber... Drei, zwei, eins, raus. Drei, zwei, eins und schon draußen. Was? Emi donatet zwei Euro U-Tanz. Ich hab dich vermisst. Doppelpie... Ach, da ist die Kamera. Doppelpie's an dich, Emi. Ja, ich... Hab dich auch vermisst. Äh... Du bist der ehrlichste und coolste YouTuber in Deutschland. Dankeschön für diese... Ah, what the fuck? Alter. Hier sind... Ach, ja, wir sind richtig am Arsch. Wir sind richtig am Arsch. Wir sind richtig... Nein, Mann. Ich muss weg. Sorry. Oder nee, warte mal. Ich geh einfach rein. Ich geh jetzt rein, Alter. Ich geh jetzt... Ab in die Lagerhalle geh ich jetzt. Junge, hier sind 50 Leute. Ach, ja, ich flieg erst mal auf die Fresse, Alter. Sag mir bitte, dass ich... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Fuck, 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 fuck. Ich bin den Berg runtergefallen und ich dachte, ich überlebe das. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. SKS, ja genau, Alter. Du, du Huren, so lecker. Ich wurde mit der SKS getötet. So, wenn du im Mesaatür bleibst. Lol. Ja, so gut wie, ne? 10 Euro von KuchenTV. Achso, Feedox, erst mal 2,01 Euro. Hi, Tanzi, danke schön. Für die 2 Euro von KuchenTV donated 10 Euro, Alter. 10 Fingers. Jetzt gibt es erst mal eine dicke, fette Bestellung. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt ein... Ist der echte Kuchen? Weiß ich nicht. Also bei 10 Euro kann man vielleicht... Ey, was war das für ein Anfang gewesen? Wie kann man das jetzt... Wenn man vom Balkon oder sowas springt, dann kriegt man ja auch keinen Schaden. Ich dachte, ich kann den Berg einfach runterspringen und bin instant tot. Miese. Als ob wir das letzte Team sind. Ja, das erste Team wird ausgeteilt worden. Ja, 30 von 30. Wir verbessern uns. Ne, aber das ist der positive Gedanke dahinter. Wir werden es in der nächsten Runde auf jeden Fall besser schaffen. Richtig. Wir steigern uns von Runde zu Runde. Also nächste Runde sind wir 29. Schau mal, Schweineknecht donated 2,22 Euro und wie bei den Kosten, Oberlecker. Hä? Hey, was denn? Oh ja. Oh, danke schön. Aber bei... Das Spänchen, was? Aber bei... Wenn man jetzt sieht, dass 30 von 30 sind, sieht man schon, dass da eher weniger als Viererzins spielen, ne? Weil... Ja, du kannst ja auch Solo rein in den Squad. Ja, wer macht das? Ich. Hä? Ich hab da voll Bock. Das sind denn so die Leute, die einmal gewonnen haben und dann so übertrieben von sich überzeugt sind. Ja. Und, äh, mit dabei ist auch der Hardware-Rad, falls ihr den kennt, war für Titel, der macht immer so, ähm, Videos über PC-Hardware und so weiter. Abonniert ihn mal, haut mal rein da. Und steht am Eis, ähm, schreibt es mal am besten bei Tanze im Chat, weil er mag das nicht so gerne, wenn ich das, äh, von mir aus drüber grüße. Oh, schade, dass man das nicht zu 6, 8 oder sowas spielen kann. Ja, aber... Das wäre richtig heftig. Ja, aber das wird dann zu viel. Das wird dann zu krass. Stell dir mal die Fights vor, wenn dann auf einmal so 8, äh, 8 Leute treffen. Ey, was ist das? Was willst du essen? Ich zahl... Ey, ich hab mir grad bestellt, sonst würde ich gar nicht anfangen zu streamen. Ich kann nur gesättigt anfangen zu streamen. Ich glaube, ich muss noch meine Tür zumachen. Warte mal kurz. Jetzt sieht man... Boah, jetzt ist meine Cola runtergefallen. Lenky, 3 Euro. Guckt euch mal meine überdämliche Hose an. Das ist so eine Hose, die hab ich bei Amazon bestellt und die geht einfach... Keine Ahnung, die sieht mega dämlich aus. Aber die zieh ich nur für den Ritten an. Jungs, ihr glaubt nicht, wie viele Kartons hier schon rumliegen von Kohle Pizza. Ich zeig's euch mal. Heizig. Wenn man nicht rausgeht, kann man das sehen vielleicht? Ne, kann man nicht sehen, oder? Ne, ist doch egal. Ach, meine Freunde. Es ist einfach wunderbar mit euch... Achso, ja, genau. Ich lese mal hier vor. Lenky, donate 3 Euro. Bitte tanze, liebe dich. Hashtag nur Homo. Wieso nur Homo? I am everyday Homo. Warte mal. Ja. Ey, wo wollen wir raus? Achso, ich war grad gemütet, wo hin? Wo wollen wir raus? Irgendwo, wo Wasser ist. Ja, irgendwie, ich glaub... Lass mal hier hin. Was denn jetzt? Raus! Ja, raus. Black Wolf! Du Wichser! Black Wolf! Okay, den sehen wir in dieser Runde nicht mehr. Hi! Ich war grad Trinken holen. Black Wolf, versuch mal irgendwie noch zu uns zu kommen. Ja, ich bin dabei. Ja, hol den Auto und fahr dann zu uns. Ey, ihr seid gar nicht so weit weg. So, was ich sagen wollte, ich freu mich jetzt schon wieder mega darauf, einfach die Nacht mit euch zu verbringen. Das macht einfach mega Spaß. Das war so richtig No-Life-mäßig, aber ich liebe das gerade. Das macht einfach so Spaß, ein Spiel zu spielen, worauf man richtig Bock hat und dabei zu spielen. Und dann sieht man Leute, die das auch noch unterhaltend finden und generell, dass man einfach die Zeit vergeht. Das ist so schön. Ich liebe dieses Spiel. Ich bin da echt bei euch, ne? Guck mal. Ja, aber ich bin gar nicht so weit weg von euch. Oh, ich hab ne Pfanne und hab gewonnen. Ich hoffe nur, dass hier in dem Dorf ist, wo ich grad hinfahre, keiner ist. Hä, hä, hä. Karma. 8i, alle 8i in den Chat. Warum 8i? Ja, das ist von Adluston. Ich weiß selbst nicht, was das bedeutet. Achso, Adluston, ja. 8i, Ehrenmann und sowas. Ja, Adlustons Reviews, den guck ich auch ganz gerne. Ist ganz lustig. Der hat halt vor ewiger Zeit, da hatte der 6000 Abonnenten eine Ansage gegen mich gemacht und hat mich damit halt so gepusht auch, weil ich dann noch überklein war. Okay. Ja. Toll. Hallo, Vanni. Boah, ich hab die besten Waffen überhaupt, ne? Als ob da jemand 8, 9 schreibt. Sei froh, dass keiner 88 schreibt. Was interessiert mich das, wenn das jemand schreibt? So, bei mir wären Hawken, Hawken, Hawken. Hawken, Hawken. Ne, darauf war das, darauf, Ne, darauf war das eigentlich gar nicht bezogen. Versteh ich's nicht. Äh. Monte? Achso, ne, ja gut, darauf habe ich jetzt als nächstes gedacht. Ja, das war so das, was ich damit meinte eigentlich. Ach, achso. Du bist akzeptiert. Boah, ey, ich hab ne Weste, Alter. Game macht Spaß. Ich hab keine Weste. Gib mir was ab. Mach gleich, kann man den auf die Shotgun rocken? Ach, schade. Ja, ja, eigentlich schon, oder? Also, 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 also auf die, die ich hab schon. Also auf die SPFK. Warte mal, ich muss, ich muss kurz was vorlegen. Hallo. BackblechTV. Und hi, Senpai. Ich hab nen Rucksack. Äh, ich hab nen Rucksack. Ja, du. Richtig. Aber nur nen Einer, leider. Und ich, und ne M4. Achja, hier war schon jemand. Gut, oder? Bei mir ist komplett clear. Noch ne Schrotflinte, aber was soll ich damit? Ja, ich hab zwei davon. Wird's eine haben? Wovon? Schrotflinte, ja. Schrotflinte, ja. Ja, ich, ich hab, ich hab auch eine. Ich hab diese Automatik, weißt du? Diese SPFK. Okay, ist doch mega. Nice. Warte mal, hier sind Steps bei mir. Oder? Ich weiß es nicht genau. Okay, wieder da. Ich hab grad nicht... Nö. Nee, noch nicht. Alter, der Maxi donatet 5 Euro. Was ist denn das? Cooler Typ, feier deine Art. Viel Spaß beim Streamen. Dankeschön. Ich hoffe, du guckst zu. Ich hoffe, du guckst zu. Ich will auch. Ich hab mal 1 Euro Stundenlohn. Du musst jetzt mindestens 5 Stunden zugucken. Äh, Mesa, hier ist noch ein Brotpunkt. Ja, davon hab ich auch noch was. Nee, hab ich nicht. Äh, hier. In dem Raum. Noch ne Armbrust, okay. Was bist du denn für'n Kiddy? Opfer. Äh. Mann, hier ist er. Was ist denn das hier für ein Dreckshaus? Auf. Mach die Tür auf, du Wichser. Ich will rein. Also ich hab mich komplett rausgelootet. Alles fertig. Ah, hier ist ein Energy. Oh, hier laufen Leute an mir vorbei. Oh, hab ich mir grad Sorgen gemacht. Los, Mesa-Shin. Jawohl. Also ich hab eine Stufe 2 Weste. Stufe 2 Kevlar. Ja. Ich hab überhaupt nichts. Ja. Also da wo ich war, liegen noch ein paar Schrottfilmen rum, wenn ihr braucht, ne? Also so 4, 5 Stück irgendwie. Ich hab jetzt eine M4 dabei mit 90 Schuss und eine SWFK mit 60 Schuss. Und eine Pistole mit 80 Schuss oder 70 Schuss. Pistole mit 70 oder 80 Schuss? Kann das sein, dass dein Stream ein GTA-Sandlein hat? Nein. Äh. Eigentlich hab ich das geändert. Hast du gesehen, wie er nachgeladen hat? Geil. Hast du nochmal Glück gehabt? Ja. Zum Glück ist da keine Brücke. Ich mein, hier ist eine Fliege. Stuhl. Warum in 720p? So, weil viele eh nicht in 1080p gucken können. Weil in 1080p hab ich gestern auf 20.000 gestreamt. Und ich will halt den Stream so haben, dass sich den halt viele angucken können. So, ich will nicht streamen. Und dann wollen Leute sich das angucken, können es aber nicht tun, weil sie vielleicht das Internet haben. Deswegen passe ich das halt so ein bisschen mehr auf die Allgemeinheit an. So, auf den Durchschnitt. Und da die Internetkapazität im Durchschnitt sehr niedrig liegt in Deutschland, also da viele tatsächlich noch mit 1K bis 6K-Leitungen rumrennen, will ich den Stream halt so anpassen, dass auch diese Leute meinen Stream gucken können. Ist da gerade jemand geaustimed? Geaustimed? Ne. Was, die Spielfläche verkleinert sich? Ach, wir sind drin. Gut. Also, hier ist schon alles gelöst. Hier war ich. Ja, Essen. Ich will davon nicht reden. Das war zu viel gewesen. Alles gut. Meint ihr natürlich überhaupt erste Donation an einen Streamer? Okay, German Lobbys. Das freut mich, dass ich dich irgendwie dazu inspiriert habe, eine Donation abzugeben. Die erste. Das finde ich generell immer geil. Ihr braucht hier nichts suchen, ne? Schwanzlutscher. Alles klar. Grüße zurück. Ich bin hier runtergekommen, Leute. Ich habe hier alles geluttet. Mein Gott, oh mein. Ich sage, what the fuck. Es ist schon mal aufgefallen, die Donation wird ja schon wieder nicht vorgelesen. Warum willst du sie nicht vorgelesen? Äh, weißt du nicht? Hä? Ich will, dass sie vorgelesen wird. Ich habe keinen Bock immer. Ach nee. Aber wenn ich sie selbst vorlese, dann kann ich selbst bestimmen, wann. Richtig. Ja. Was sagen, wenn du Zeit hast. Ja, drüberspringen, ne? Ich muss mal da vorne ins Haus rein. Ich weiß. Ich habe euch liegen lassen. Ich bin kein Fan von der Armbrust. Ja, was soll's. Ja. Kriegst du die Pfanne ruf? Alter. Ich bin kein Fan von der Armbrust. Wie heiß sind deine Monitore außen? Keine Ahnung. Das sind die billigsten Curved Monitore in 27 Zoll von Samsung. Oder 260. Blackwolf, bist du absichtlich gemutet? Nein. Oh, Stufe 3 Rucksack. Wie geht das mit diesen Grüßen los? Das meinte ich. Ich grüße so ein, zwei Leute und dann fängt es an. Dass jeder gegrüßt werden will. Ich will, dass ihr mir spendet, weil ihr mir spenden wollt. Und nicht, weil ihr euren scheißverfickten Namen im Stream hören wollt. Ey, ich hau dir gleich mit dem Radfahren eine rauf, wenn du... Alter, ist das geil. Ja, Mann, ich liebe diesen Sound. Alter, ist das geil. Die Maxi. Der Maxi, die Maxi. Ja, sie ist Maxi. Die 2 Euro und die Übernahme der Kosten und natürlich an Maxi. Natürlich gucke ich zu. War das gerade der, der auch schon so viel? Hä? Jetzt bin ich überfordert. Hä? Achso, doch. Vor 5 Minuten, als ob ich... Oh, jetzt schon... Oh, scheiße. Jetzt muss ich mindestens 10 Stunden zugucken. Danke schon mal für die 5 Euro. Die 5 Euros. Nicer Dude. Du bist auch ein nicer Dude, weil du scheinbar Kilian heißt. Anscheinend. Komm, nein. Nein, Leute. Hört mir jetzt zu, ich größe niemanden mehr. Kommt mir jetzt bitte nicht damit. Ich hab's gesagt, das eskaliert eh immer. Das ist so unnötig. Wie kannst du mal... Ich meine, danke für die Spenden, aber hört auf mit diesen... Oh, what the fuck? Hey, Tanzverbot. Hyperspace64, donate 20 Euro. Hey, Tanzverbot. Bekommst du eigentlich Depressionen, wenn du nicht mehr rausgehen kannst? Sieh, siehst du irgendwie, dass ich grad depressiv bin? Ich hab den Spaß meines Lebens. Ich war zwar seit Sonntag nicht mehr draußen, aber scheiß drauf. Ich fühl mich auch körperlich irgendwie scheiße, aber ich kann zocken. Eben, zocken ist die Hauptsache. Das braucht man mehr. Ach, ne, nix. Auf jeden Fall für die fucking 20 Euro. Und Syntax hat auch noch... Mann, ich mitte mich... Ja, pünktliche Lieferdienste wären auch noch gut. Mhm. Wollen wir jetzt wirklich hier in diesem Haus bleiben? Ja, ich bin nackt. Geil. Gegner, 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 Gegner. Ach, ne, bist du. By the way, by the way, hab ich vier Energies und zwei Schmerzen, bitte. Da kann ich lieber sowas abgeben. Brauchst du was? Ne, jetzt bin ich hier entmütet. Ich sag's doch mal für alle. So, guck, guck mal, wie... Ich werd jetzt mal ganz kurz nicht darauf gucken. Spendet mir nur, wenn ihr mich unterstützen wollt und ihr euch dadurch keinen Vorteil oder sowas erschaffen wollt oder sowas. So, wenn ihr mit irgendeiner Forderung in dieser Spende kommt, dazu sind Spenden nicht da und ich werd darauf auch nicht mehr reagieren. Ich will, dass ihr mir spendet, weil ihr mich unterstützen wollt und nicht, weil ich irgendeinen Wichser grüßen soll. So, ich hab immer noch keine richtige Waffe. Osten, 105 Grad. Gegner, ja. Wo bist denn du? Trinkt nichts, ich hab nichts. Doch, ich kann versuchen, ihn mit... Was hast du denn? Dann ist es auch meins. Hast du eine Schruffel in dir? Ja. Äh. Mit Ralle. Ja, ich hab auch noch eine Schrot, aber... Ja, obwohl ich hab noch eine Vector. Äh, ich hab noch eine M4. Aber der M16 im Genut zu sein. Im Haus drin, oder wie? Oh, er hört uns nicht, er hört uns nicht. Noch nicht schießen. Äh, warte, du bist in den Häusern, 60 Grad. Ja, runter einfach. Meins. Hat der einen Rucksack? Schöne Rücksäckchen. Rücksäckchen und einen schönen Zweierhelm hat er. Weser hältst du die andere Richtung? Ja, schön 100... Ja. Für den 140 Schuss hat er. Geile Sau, du. Oh, fuck. Ich hab oben eine Granate reingeschmissen. Ich auch. Oh, fuck. Ich hab ihn getötet. Perfekt. Fuck. Ich hab auch einen... Äh, wir beide haben den zusammen. Hä, die sind weggefahren, oder? Nein. Einen haben wir gerade getötet mit der Granate. Hab einen getötet. Hab ihn... Ja, drinne. Oh, 8-fach Sucher. Was ist los mit ihm? Vierfach Sucher. Sind alle Toten? Nee, einer ist noch da. Einer lebt noch. Ist hier jetzt noch einer? Einer müsste es noch hier irgendwo sein. Hier liegt noch eine AKM. Ey, Tanzi, komm mal her. Ich hab eine AKM. Ah, okay, dann Munition. Alter, was tonatet ihr denn alle? Ich bin gerade aufgeregt. Sorry. Gehen wir hoch? Denk mal, ne? Hat der eine Granate da drin, zufällig? Äh... Gehen wir mal überall rum. Meter. Chill nicht hier vor. Geh mal hier hinten rum, damit... Jetzt warten wir. Mal gucken. Mal rumgehen. Alter, Lukas. Sorry, ich bin gerade mega konzentriert. Alter, was ist denn hier für eine Waffe? Das ist ja wie ein Scheiß-Shotgun. Fuck you. Oh, erweitertes Magazin. Nice. Leute? Was ist denn das erweiterte Magazin hier? Ja. Tanzi? Was denn? Willst du vierfachs-Hora? Ich hab... In der Achtung sogar, glaube ich. Ja, ich auch. Ich hab beides. Deswegen frage ich. Hoch. Weser, wollen wir kurz hochgehen? Ja, komm, ich geh vor dir. Ich geh vor. Na, ach man. Ich hab Angst. Alter, ich hab dich angeschossen. Ja, alles gut. Alles gut. Ich hab mich gerade mit der Autoschrohne und habe acht Schotze reingedrückt. Ich nehme mal die Granate. Ja, warte mal. Guck mal, was ich besser nehmen kann. Ich will als zweiter noch eine Scar haben. Ja. Warte mal. Ich hab noch keine richtige Waffe. Äh, hier ist wieder... Ich hab noch keine richtige Waffe. Hier einfach nach oben kommen. Ja. Und hier liegt noch eine AKM mit 120 Schuss. Was ist hier drin? Ich brauche einen Kompensator. Ja, perfekt. Na, was ist denn hier mit dem Verband? Mein Energy. Ja, nimm... Ja, ja, gönn dir. Hier ist auch ein Zweihelm. Alter, was ist denn los mit euch? Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz... Bitte, mich. Hier liegt ganz viel 7,6er Munition für die AKM. Ich weiß, ich weiß. Aber ich brauche ihn nicht. Ich brauche nur 5,56er. Ja, ich brauche auch 5,56er. Ja, dann nimm die AK und schmeiß die am 4 weg. Hier, äh... Hier sind noch zwei Sucher drin. Einmal zweimal und einmal vierfach. In der Kiste. Ich kenne mich jetzt erstmal. Mein Chat ist einfach tot irgendwie gerade. Die reden, die schreiben gar nichts mehr. Wenigstens ist was bei dir im Chat. Ja, vier Leute, ne? Ähm, eins. Wie heißt du auf YouTube nochmal? Äh, genauso wie hier auf dem TS. Ich möchte den letzten Namen nicht sagen. Warum nicht? Keine Ahnung. Okay, äh, ja, Trimi. Ganz normal. Ich bin wieder da. Willkommen zu mir. Äh, 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 kacke. Fuck, die Zone, ne? Zone! Fuck, ey, ey, ich komme nicht mehr aus meinen... Fuck, 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 fuck! Fuck! Es ist noch nicht... Was ist denn mit dir los jetzt? Ich bin schwarz und muss rennen. Ich bin schwarz und schwarz den ganzen Tag. Ja, denn... Hast du ein paar Kreuz am Start? Äh, ja. Steam-Level, x-Blood. Du bist halt ja auf dem Steam. Du hast doch dieses 300er Steam-Level, oder? Doppelpiece an dich. Du weißt auf jeden Fall, wie man supportet. Am 8. kann ich auch mein Steam-Level wieder leveln. Ich glaube, die Steam-Karten gehen jetzt wieder weg. Diese Sommer-Karten, oder? Da hab ich ein bisschen die Weise gebottet. Ich hab mein Passwort nämlich geändert. Und, äh, dadurch konnte ich jetzt die ganze Zeit nichts machen. Kommt mal schneller, los, Mesa. Mesa, heil dich mal. Guck mal, wo ich bin. Ja, aber du hast ja noch. Ja, ich hab noch. Richtig. Wie weit bist du mir überhaupt? Steck deine Waffe weg. Ja, hast recht. Hallo, Kilian, ich feier dich. Lades, du bist funny. Eins, zwei, drei, ta-ti-ti-ta-ta. Stellschock? Nein. Play es auch noch im Battle-Round. Ach so, heilt sich. Mikrofon aktiviert. Warte, wie weit hält ihr denn alle hinten, ihr Penner? Das, 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 das sag ich ja. Eigentlich kann man es heilen und direkt weitermoven. Warte, echt so. Wir können einfach direkt weitermoven. Ich, ich lebe mir ja immer gleich hin und heil mich. Erstmal Energy trinken. Wo ist mein Energy? Ach nein. Meine Cola ist mir wohin umgekippt. Die ist mir jetzt schon zweimal umgekippt. Das ist gleich keine Kohlsäure mehr drin. Ich musste weniger holpzen. Weniger Geschmack. So, hauen wir hier nochmal den Energy rein. Dann bin ich hochmotiviert. Kannst du mit Weißstudio spielen? Ey, die Warteschlange ist jetzt gerade tatsächlich relativ lang. Und ich bevorzuge auf jeden Fall meine Leute. So, die, mit denen ich schon ewig auf dem Team-Speak rede. Oder, oder halt Leute, die ich, die halt am Anfang da waren. Ähm, solange da kein Platz frei ist, werde ich da auch, äh, nicht für jemand, äh, außerhalb Platz frei machen. Das tut mir leid. Ich kann nichts dafür, dass ich hier Leute getroffen habe, die halt auch irgendwie alle kein Leben haben und bis... Oder Leute, die trotzdem nach um vier morgens zur Arbeit gehen. Ja, zum Beispiel. Also, ich bin einfach, ich bin einfach so krank. Aber heute kann ich das nicht machen. Ich habe, ich habe heute schon verschlafen. Ja, das ist nicht gut. Nee. Äh, eh. Leider. Nicht? Nee, dann fängt die Ausbildung an. Was machst du? Fachinformatik, Systemintegration. Ah, nice. Wo denn, bei Siemens? Äh, nein, bei einer Tankstellenzentrale. Leider. Es erfasst das Gleiche. Das hört sich doch komisch an, so. Ja. Fachinformatiker für Systemintegration. Tankstelle. Aber, aber... Aber Leute... Was ist da deine Aufgabe? Äh, dafür sorgen, dass das ganze Netzwerk dort läuft. Ah, okay. Wenn ein Kumpel tanken will, wenn ein Kumpel tanken will, dann drückst du den Preis runter. Im Prinzip her bekomme ich sogar Rabatte, ja. Entspannt. Da kannst du dir ein richtiges Ami-Kal leisten. Das ist echt so. Ich bezahle mir nur die Hälfte. Ich will auch solche Leute da haben. Danke schön für die 15 Euro. Wo hängst du denn da hinten rum? Mach hinne! Was? Wieso... Was? Ich war das. Team Beschuss, Team Beschuss. Töte die. Das Gute ist einfach daran, ich kann dazwischendurch mal... Also muss ich während der Ausbildungszeit einfach mal nach Berlin... Leute, die Zone. Leute, die Zone. Die Zone. Ja, ich laufe doch schon. Als ob die schon weiter geht wieder. Doch, doch, doch. Und... Das war relativ schnell sogar. Guck mal, ich hab die Warte auch weggesteckt. Kriegen wir hin. Ja, ne? Wir sind minimal langsamer. Liegt vier noch von uns, wird geschossen. Ja, auf uns nicht. Ja, ne, nicht auf uns, aber liegt auf dem Berg. Ja. Bei den Turmen, doch. Deswegen versuche ich so... Ja, deswegen versuche ich so weit wie möglich im Gras zu bleiben. Ich schaffe es auf jeden Fall noch. Aber hey, 35 andere Gegner leben noch. Ja. 34. Ich bin einer von denen. Was für 34? 35 andere Gegner. Achso, ja, stimmt. Oh, ich glaube sogar hinter uns. Hinter uns links bei 120. Achso scheiße, die Kacke kommt ja. Renn doch mal. Renn, renn, Mesa, renn. Du blockierst mich. Also bei 150 bei der Höhe. Das ist auch genug. Bei der Scheune kann gleich... Ey, guck mal, die da hinten sind die. Warte mal. Ja. Wo? Hab ich getroffen? Hab ihn, hab ihn. Ja, sorry. Ja, sorry. Sorry, ich hab halt... Ich hab dich auch lieb. Erstmal eine Hate-Fälle rüberschicken. Ja, so. 2 Euro, wir haben deine Mutter gefressen. Okay. Alles klar. Okay. Aber hier, Tanzverbot. Morgen kommt so Ansage, ne? Tanzverbot. Beleidigt Schwarzen. Wer hat meine Mutter gefressen? Nee. Was? Warte, ich muss killsteilen. Oh, schade. Schade, ich wollte ihn töten. Ich wollte ihn töten. Hab beide gekillt. Och, Mann. Ich hab grad mitgeschossen. Alter, guck mal, wie weit die weg sind. Und ich hab die getroffen. Lass mal irgendwie hingehen, looting. Was? Ja, ich weiß nicht. Doch. Ey, komm, wir haben ja jetzt gar keine... Gut, wir können looten. Wir können da hin, ja. Wir müssen fast da genau hin. Alter, wie weit war denn das jetzt weg? Äh, ja, hinten. So, einer gehört mir. Ich hab beide gekillt. Ja, nee. Ich nimm mir beide vor, ja. Ich schieß dir in den Kopf und dann ist dein... Was von Zweierheilf? Ja, okay. Lass, 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 lass. Scheiße. Alles klar. Ich hab keine. Ich hab ne Bratpfanne. Ich hab auch ne Pfanne. Ich hab ne Machete. Als ob 4000 Leute zuschauen. Doppelpiece an jeden Einzelnen, der zuschaut und mich nicht. Alter. Doppelpiece, Mann. Bei mir sind... Bei mir sind... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, haus, 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 haus. Hab ihn ausgenockt. Ja, aber es war nicht nur einer. Soll es zwei? Es waren mehrere. Wir können jetzt aber mal hinrennen zum Stein dann in der Zeit. Äh, wäre ganz gut. Ich brauch viel für Energy und sowas. Ich hab nix mehr. Hab nix mehr zu meilen. Den klaut mir jetzt niemand weg hier. Jetzt spielt zwar als Team, aber oh mein Gott, mein Rucksack. Ich brauch, ich brauch irgendwas. Ich brauch irgendwas. Ich brauch irgendwas. Ich brauch irgendwas. Hinter uns, hinter uns. Von dort, wo wir herkamen. Hab ihn gekillt. Schön. Und von wo? Von wo? Wir kommen von allen. Von Haus auf, Haus oben ist einer. Wir sind tot. Ja, wir sind von allen Seiten. Ich loote nicht. Natürlich hast du gelootet. Nein. Oh Mann, jetzt hab ich mir falsch den Rucksack genommen. Nein. Ich hab keinen von, wo schießt der Wichser. Ich versuch ganz ehrlich zu wissen, wo er... Ja, ich bin tot, Leute. Rette mich. Rette mich. Ja, ich kann nicht ausstehen. Hast du jetzt. Äh, hä? Ich geh immer aus... Jetzt. Ich werd so sterben. Merkt euch für die Zukunft nicht aus Gier in so ein Gebiet reinrennen. Wir hätten das überleben können, wenn wir hier nicht genau in diese Mitte gerannt wären. Ich hatte es doch gesagt. Ich hatte es gesagt von Anfang an. Du hättest ja da bleiben können. Ja, hätte ich machen können. Aber... Aber wie heißt das? Nicht ohne mein Team. Nicht ohne. Auf dem Berg? Ja, ich kann leider nicht schließen. Ich hab keine Munition. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, lass mich weg, lass mich weg! Lass mich in Ruhe. Oh, au, au. Au. Perfekt, ich hab jetzt Munition. Oh, wir müssen mega weit laufen. Ach, wirklich? Ja, toll, 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 Leute. Oh, ja. Ich lauf los. Ja, weil du keine Schuhe anhast. Das hat nichts mit Schuhen zu tun. Mach mich nicht schneller. Ja, das war der... Krüppel da in der... Hütte. Ja, wieso konntest du eigentlich gerade alleine locker loslaufen und es so nicht geschossen wird? Und ich zeig mich nur kurz und krieg direkt einen Kopfschuss rein. Äh, ich bin schwarz und du nicht. Ach ja, stimmt. Konntest du nicht mit dem... Die springen alle raus. Ja, deine Mama! Ja, wir sind besser geworden als in der letzten Runde. Ja, da musst du ganze 29 Plätze. Die 19 Plätze haben uns nach vorne geschoben. Wir sind die Besten. Ja, von hinten. Nein, von hinten waren die, die zuerst gestorben sind, die Lappen. Wir haben letzte Runde. Ah, ah. Also, merken wir uns, wir sollten nicht direkt vorpushen. Wir wollen nicht zu viert an einen kleinen Stein. Mhm. Mitten auf dem Feld. Mhm. Mitten in der Zone. Mitten in der Zone. Ready? Ja, ich bin ready. Aber... Aber unser super toller... Kollege ist gemutet. Tanzvieh. Tanzvieh, Tanzvieh. Tanzvieh. Ja, genau. Das hast du jetzt gerade gesagt. Das hast du gesagt. Nein. Ich habe gesagt Tanzvieh. Ich habe es auf Band. Ich auch, ich bin live. Ich bin auch live. Ich weiß. Ich auch. Also, ich bin online. Das interessiert dich. Ich habe es auf dem Handy. Ich habe es auf dem Handy. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Was jetzt? Ich bin eine Minderheit. Ich bin ja nicht. Jetzt? Ich weiß nicht. Warten, ne? Müssen wir auf Tanzi warten. Tanzverbot, wo bleibst du denn? Aber ich bin wieder breit. Bereit? Gut. Breit? Der ist breit. Ja, ne, ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Wie viel Zuschauer hast du gerade? Wer? Ja, du. Wer zwei am Berge sagt, du sagst du. Was? Ja, du. 3600. Entspannt. Ich hab sechs. Bei mir steht eine stolze Eins. Ja, das motiviert auf jeden Fall. Ja. Du, ich will dich ja nicht enttäuschen, aber die Eins bin ich wohl. Ja. Ja? Nein, 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 nein. Diese Sache. Mein Spaß. Live Chat. Stell dir mal vor. Ich würd mich auf jeden Fall freuen, wenn irgendwelche Leute von euch nachtaktive Wichser sind. Dann könnt ihr gerne alle da bleiben. Wir werden auf jeden Fall, also ich werde jedenfalls wieder die ganze Nacht wach bleiben, weil ich halt morgen früh raus muss und dann kann ich erst recht nicht schlafen. Ich bin auch um 19.40 Uhr aufgestanden oder so. Deswegen, hm. Ich bin hellwach. Hab grad gefrühstückt. Double Cup Burger und äh, Chicken Wings. Also, ich hab dann gehört, ich komm dann morgen früh, bevor ich zur Arbeit geh nochmal in Teamspeak und sag Guten Morgen, ne? Mach ich auch. Warte mal. Ach Gott, wir kommen wieder scheiße. Wollen wir uns das gehen und zur Schule? Und zur Schule? Ja. Aber Puzzle, ich würd Puzzlehäuser halt direkt machen. Ja, mein ich ja, mein ich ja, mein ich ja. Wohin? Als ob wir da hinkommen. Natürlich, easy. Ja, wenn wir nach oben schauen. Ich würd sagen, drei, zwei, eins und raus. Das Nervige ist immer, wenn man aus der anderen Seite raus springt und sich erst mal drehen muss. Muss morgen leider arbeiten, kann deswegen nicht mitmachen. Ohhhh. Ja, ich muss auch arbeiten. Aber hey, sie ist positiv. Ich hab vorgestern durchgemacht. Ah, hier sind echt viele, die durchmachen. Das ist geil. Ja. Deswegen müssen wir hier so einen Sammelpunkt, so einen Sammelpunkt createn. Ach scheiße, wo bin ich denn? Ich weiß es nicht. Hier. Ich lande jetzt hier einfach irgendwo. Ich bin, ich schaff nicht zur Schule, aber fast. Ich bin in der Lagerhalle davor. By the way, kommt ja auch weiter, wenn du mit dem Fallschirm ein bisschen schaukelst, sag ich mal jetzt. Ich weiß. Also am besten 50 kmh. Ey, wirklich? Oh fuck, bin ich alleine. Bin ich alleine. Ich bin nicht alleine. Mit dem Fallschirm kommt man auf 40? Ne, ich meine, wenn du nicht unter 40 kmh kommst, dann kommst du einfach weiter. Der Wichser, Alter. Ich weiß, dass mein Video in den Trends ist. Oder was meinst du? Fluton, dankeschön für 3 Euro. Was habe ich verpasst, dass die Donations nicht mehr angezeigt werden? Hä? Wären doch alle Donations angezeigt. WTF? Hab Schule kann nicht. Ja, ist ja kein Problem. So, es würde mich dann halt nur freuen. Dann kommt ihr noch mal, dann kommt ihr morgen noch mal so. Wieso gehe ich denn jetzt sofort nach oben? Dann kommt ihr morgen noch mal vor der Schule rein. Ne, du streamst ja immer noch LOL XD. Das ist den ganzen Chat. Oh fuck, ich bin zu sehr auf dem Chat konzentriert. WTF? Ich auf meinen auch. Boah, schnell ne Waffe. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Rein muss man nicht. Entschuldigung, ich meine, fuck. Du Wichser. Ich muss sagen, ich brauche ne Waffe. Bin ich alleine hier? Ich lese gleich. Oh ja, AKM. AKM. Perfekt. Ich hab grad mega Angst. Ich auch. Hier sind Leute gelandet. Ja, bei mir auch. Das ist das Problem. Ich bin ein bisschen alleine. Oh, hier ist noch ein Dreier-Rucksack bei mir. Aber wir sind alle... Oh, wer ist denn hier? Der Mesa ist da. Ich brauche jemanden bei mir. Ich brauche jemanden bei mir. Oh, hier ist ein Motorrad. Scheiße. Ja, die waren eben neben mir. Alter. Ich lese gleich vor. Ich lese gleich vor. Ich bin so aus dem Tod, ey. Nein. Denk nicht so. Überleben. Ihr müsst überleben. Ich hatte Schrotflinte. Oh geil. Mein Gott, ich hab nur Schrotflinte. Ich auch. Du hast ne Bratpfanne. Aber du hast das gesagt und hast mir dann... Oh mein Gott, ein Dreier-Hilm. Ich bin so perfekt ausgerüstet. Ich nicht. Hä, nein. Ich hab ein Dreier-Hilm. Oh, ich hab ne Militär-Weste. Militär-Weste. Geil. Ich hab schon erwarten. Ey, ich hab ne Militär-Weste. Was heißt das? Stufe-Drei-Weste. Das heißt das. Was spenden die denn jetzt alle? Och, Mann. Ja, schreib doch kurze Texte. Was? Ich hab ihn getötet. Ey, wo ist der Typ? Da ist der Typ. Da ist der Typ. Noch einmal Geld spenden, dann krieg ich in die Fresse. Ja, so ist das jetzt. Ey, komm, aber so ne Riesentexte, das kannst du jetzt nicht von mir abverlangen, dass ich die lese. Alter. Was ist denn jetzt los? Ja, nicht wundern, ich bin unter dir, ne? Och, ja. Aber ich habe nicht... Ah, falsche Tür. Dankeschön. Dankeschön für die ganzen 2 Euro Donations. Der Lukas war da gewesen, den muss ich mir nochmal angucken. Ich kann mir jetzt nicht... Ich kann jetzt hier nicht 20 Stunden stehen bleiben und alle Donations vorlesen. Leute, also wenn ihr noch ne M4 braucht, kommt zu mir. Ja, warte. Oh, ist mal ne Waffe. Ja, M4 liegt hier. Achja, genau. Ach du... Und ne Schrufflin liegt hier auch noch. Und noch... Oh, ne Kark, ne Kark ist hier. Ich nehm die Kark mit. Scheiße auf die Schrufflin, Alter. Ich hab den Sniper, Leute. Da liegen noch ganz viele UMPs. Ja, schön für dich, ne? Ja, für dich auch. Okay. Hi. Hallo, Mr. Fun. Alles gut? Yo, alles bestens. Remington, moin. Alles klar? Tremi, du lebst ja noch. Ja, ich lebe noch, aber bei mir ist noch einer irgendwo in der Nähe. Ja, gut, dann kommt halt nicht zu mir, Leute, ey. Der lebt noch. Nee. Und ich dachte, einer von euch will die M4 haben. Unglaublich. Ey, ohne Scheiß, ich... Ich hab ein paar Menschen. Ja, bei mir ist nix. Der eine Typ, der hier war, ist abgehauen, weil ich mir abgeschossen habe. Ich war auf ein Dach fliegen. Leider entkommen, der Arschloch. Der Arschloch, alles klar. Deutsch. Oh, jetzt weiß ich, warum ich niemanden gehört habe. Ich war die ganze Zeit gemuted. Ja. Ich dachte, du hast keinen Bock mehr auf uns. Echt so. Ich muss mal hinlegen, kurz. Das ist da. Natürlich kann ich mich hier nicht hinlegen. Und mal, wo muss man denn jetzt hinlegen? Das ist irgendwie traurig, dass wir im Stream so talken. Wie meinst du? Achso, sorry, ich dachte, ich habe mich gemütet. Was meinst du denn? Achso, ich war die ganze Zeit gem... Loll. Scheiße. Das ist äh... Ach, Leon Machère, der hat sich so richtig gefickt. Gut, und den anderen so? Simon Desue? Die waren ewig lang inaktiv, deshalb hat keinen gejuckt. Die sind traurig. Das ist irgendwie traurig, dass wir im Stream so talken. Hä, wieso? Inwiefern traurig. Dieser Leon Machère, der ist halt so richtig irrelevant. Er hört mich nicht, oder was? Doch, man hört mich, oder? Ich glaube auch nicht mehr, dass der jetzt nochmal krass wird. Der hat ja mal eine Zeit lang richtig weit oben mitgespielt und dann... Und jetzt, keine Ahnung. Oh fuck, auf mir wird geschossen, auf mir wird geschossen! Das ist so ein ekelhafter. Das ist auch so mit einer der Einzigen, bei den ich mir vorstellen kann, dass er auch in real life einfach so blöd ist, wie er in seinen Videos tut. Äh, Black Wolf P ist bei mir jemand noch irgendwo, ne? Du bist wie immer noch gemuted. Oh. Ja. Hier ist einer bei mir. Irgendwo. Hast du ein Visier-Maser, Ne, wa? Nee, ich hab ne Pistil. Geil. Mann! Also, vorhin als ich gemuted war, ne? Da im Haus, da war ein M4 und noch eine Schrotflinte und eine UMP. Wollte ich nur mal so sagen. Ich kann hier nicht, ich kann hier nicht gut looten, weil ich weiß, dass hier irgendjemand rumläuft. Ich wurde grad schon mal getroffen. Warte mal, ich müde mich kurz. Äh, ach ja, Leute, die Zone kommt, ne? M15. Äh, nee, M15 nicht. Äh, äh... Hey, wer schießt denn auf mich? Wir haben, äh, Black Wolf von 150 Grad, beim Baum steht einer. Ja, super, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich, äh... Kein Dingstens, äh, äh, kein, äh, Visier. Ich, ich, ich hab zwar einen Sniper, aber keinen Visier. Hey, GG. Microphone muted. Danke für Real Programming. Ja, wir haben jetzt echt ne Kackposition. Richtig. Wundens, würd ich sagen. Vor allem, der schießt auf mich immer noch. Ja, auf, ja, nicht nur auf dich. Echt lustig. Problem, wie viel bist du hier? Weg! Ja, von wo denn? Geh mal Richtung Puzzle-Häuser. Geh mal hin. Ja, du weißt aber schon, ne, dass die jetzt grad kommen, ne, also die Zone kommt. Ach Gott, Alter, ich komm hin. Und wieder ein Newton. Hi. Hi. Hi, du. Na, wie geht's dir? Ja. Ach, nö. Geh mal weg, du Impel. Oh, ja. Du willst das doch auch. Ja, aber guck mal, die sehen uns alle nicht, weil wir hier rumschleichen. Das ist gut. Ich werd hier beschossen ohne Ende. Ich werd auch beschossen ohne Ende, aber gut. Ja. Ja, bis grade eben. Ich bin weggerannt. Aber wo seid ihr denn? Ach man, scheiße, ihr müsst dann... Könnt ihr euch mal bitte bewegen langsam? Ja, wir, Problem, wir wurden grad unter Beschoss genommen. Ja, ich weiß. Wir wurden grad unter Beschoss genommen, aber richtig. Wir müssen wieder in diese Military Base müssen. Richtig. Ich hoffe es zwar nicht, aber wir müssen wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ja, wenn das so... Ich weiß auch, dass einfach irgendwer... Meta, komm mal ein bisschen weiter vor hier. Ja, da laufen ganze Zeit welche rum. Wo denn? Bei mir, vor mir. Ja, bei mir auch, bei Tremi. Die sind aufm Berg oben. Ist aufm Berg. Hast du Alkohol getroffen? Ja, ich werd schon wieder beschossen. Ich werd schon wieder beschossen. Hört ihr das nicht? Also ich seh keinen. Hört ihr die Schüssel nicht? Da war wirklich einer. Und noch einer. Ich bin die ganze Zeit abgeschossen. Was? Zwei Stück waren da. Ja, ich bin die ganze Zeit abgeschossen. Einfach so zwei Euro. Dankeschön. Einfach so. Einfach so. Ich brauch ein Visier, Alter. Meine Fresse. Warum ist hier kein Visier? Digga, wollen die mich ficken? Ach so, da... Ach da, was? Ja, ich such grad ein Visier irgendwie. Aber hier ist nix. Hier ist gar nix. So, ich verpiss mich jetzt. Bei mir direkt close ist einer. Äh. Jetzt kommt doch mal rein. Ja, wir sind aufm Weg. Warte, das ist ein Auto, oder? Ne, das ist kein Auto. Scheiße. Ich will, dass wir wieder zusammenlaufen. Ich will nicht, dass wir jetzt wieder überrannt werden von vier Leuten. Ja, ich versuch's ja irgendwie zu euch zu kommen. Versuch's den Schiss aus dem Blick zu gehen. Oh Gott, die Zone. Oh Gott, die Zone. Ja, ich bin aufm... Echt jetzt? Ich war hier gemutet. Junge, mach deinen Teamspeak auf irgendein Bildschirm an. Dann siehst du das. Ja, sorry. Auf mich wird geschossen. Was für Karma, Alter. Geht's heute noch Battlefield? Nein, Mann. Ich glaub, du schaffst mein PC nicht mit Stream zusammen. Also doch vielleicht. Doch vielleicht. Doch vielleicht. Doch vielleicht. Eigentlich ist es wahrscheinlich nicht, weil das nicht so... Oh, ich hab fast keine Munition mehr. Glaub mir, wir spielen bald alleine weiter. Oh, da kommen welche. Fuck. Scheiße. Okay, können doch mal stehen bleiben, die Penner. Ne, die fahren weiter. Ich brauch unbedingt ein Visier. Ich brauch Munition. Ich hab keinen Schuss mehr. Ich hab keinen Schuss mehr. Außer fünf. Ich hab fünf Schuss in der Sniper und 25 in der AK. Läuft. Ich hab nur noch 46 Schuss zum Nachladen. Ja, immerhin hast du was. Zum Nachladen. Ich kann gar nichts nachladen. Außer meine Pistole. Ja, krieg's ihn. Fuck. Kill ihn. Fuck, ich versteck mich. Mann, du Bastard! Deine Mutter soll sterben. Nein, soll sie nicht. Aber ich bin auf... Hab mich aufgeregt. Alhem Halima 95. Dankeschön für drei Euro. Ups, ich bin hier auf mein Handy gekommen. Du bleiben mit den anderen. Ja, wir sind ein bisschen weiter weg. Wir hatten auch hier ein paar Schießprobleme. Äh, wir wurden hier von zwei oder drei Leuten flankiert. Ich bin hier an der Bushaltestelle verletzt. Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Das ist die Frage. Ach man, das war wieder so schar gewesen. Ich spiel lieber mit Timo und Marcel. Okay. Wer hat denn das gespendet? Das war bestimmt, das war bestimmt Marcel. Echt so? Ja, Resolox. Äh, ich spiele mit Hansi. Ich bin mal zu dir geswitcht. Ah, nice. Mal mit den anderen, was die von Rainbow Six, Siege und Skyrim halten. Was heißt jetzt? Oh, fuck! Hä, wo? Sorry. Was denn du? Äh, gut. Ähm. Ja, also ich persönlich halte von Skyrim überhaupt nichts. Ich habe es selber, aber ich mag es überhaupt nicht. Rainbow Six, Siege ist geil. Das finde ich übelst geil. Ähm. So. Nein, ich wohne nicht in Berlin. Ich wohne in Bremen. Danke. Danke, dass du mich magst. Das ist nett von dir. Ja, gut, Alter. Oh, fuck, jetzt. Oh, ich bin mitten in der Bombenzone, Alter. Leck meine... Ja, aber... Ja. Aber ich habe... Ich merke schon, dass ich das Pech habe, dass ich gleich richtig auf die Fresse bekomme. Ja, immerhin bin ich in der Safe Zone, Alter. Aber ich, ich, ich... Ja, jetzt kommen die Bomben, Mama... Ja, ich, ich bin in Gebäude drin. Ja, ich nicht. Wie ist es so, mit Kleinen zu zocken? Muss ja eine Ehre für ihn sein, mit dir zu zocken. Ja, dankeschön. Ja, wir zocken schon die letzten drei Tage, vier Tage zusammen. Also eigentlich jeden Tag eigentlich mittlerweile. Blackie, frag mal, Tanzi, dass er Shellshock hat. Muss nochmal mit dir reden. Äh, das wäre, glaube ich, besser, wenn wir zocken. Okay, ja, ähm, ne, ich, äh, frag ihn mal bitte selber, weil, ähm... Ja, aber ich halte nichts von Armbrust. Ja, aber es bessert nichts. Ja, ich hab halt noch, aber... Ich brauche eigentlich nur Munition halt, ne? Ja, und... Ich brauche nur 7,62 Munition, wir brauchen nicht. 7,62 habe ich leider nicht. Ja. Nur ACP und... Ah, hier liegt noch 9 Millimeter. Weil, brauchst du nicht... Ja, ne, davon habe ich, äh, 300 Schuss. Für meine Pistole. Visier wäre gar nicht so schlecht. Ja. Ich kann dir einen Rotpunkt abgeben. Ne, auch nicht. Äh, ja, das habe ich selber. Und... Also, ich hab... Okay, doch, einen Rotpunkt hast du mir gegeben. Dann habe ich wenigstens noch ein Visier für meine, äh, wie heißt das? Meine AK. Ja. Ich habe ja eine Vector und die benutze ich halt, äh, nicht so angescoped. Naja. Mal her. Naja, wir müssen jetzt eigentlich direkt... Wir können jetzt direkt weitergehen, sonst langweilen sie sich. Ja, ist echt so. Ja. Ich meine... Ich meine... Ich meine, Tazepod... Tazepod ist, äh, ist sowieso gemutet gerade. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass ihr zusammen zockt? Ich meine, er zockt ja irgendwie die Nacht durch und tagsüber schläft er. Was ein Lifestyle. Ja, äh... Was geht, Brudi? Moin. Heiko. Ähm... Wir müssen alles bestens so, aber, äh... Dingsens, ähm... Ähm... Wir zocken zusammen, ja, keine Ahnung. Ähm... Er war halt bei meinem Geburtstagsfilm dabei mit Destroys und... Somit haben wir uns dann kennengelernt und, ja, seitdem zocken wir halt zusammen. Ganz schön entspannt. Ich glaube, ich brauche... Ich brauche später irgendwie ein bisschen Nervennahrung. Du bist meine Nervennahrung. Achso. Okay. Ja, ich esse dich. Äh... Okay. Ey, ey, komm hierher. Zwei... Zweimal Polizeiwester, Schiffe 2. Ja, komm ich sofort. Auf dem Balkon liegt hier. Ich... 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 Wäre auf jeden Fall echt toll. Ich meine, in dem großen Haus muss es doch Milizieren für mich geben. Da schreibt mir jemand im Chat, wärst du bereit für 100 Euro eine Granate auf Tansi zu werfen? Ja... Ja... Okay, ich... 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 Ich weiß nicht... Obwohl... Ist das eine Überlegung wert? Ja, ich mein... Ja, stimmt. Ist das was wert? Ich weiß nicht. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Was ist da passiert? Heimlich absprechen und dann kommt da so eine Fake-Reaktion. Was willst du jetzt in meinem Haus? Ähm, in dein Haus? Ja. Oh, endlich! Endlich! Munition! Oh, oh! Boah, ich komm gleich, Alter. Prost! Hä, wieso? Meser hat zwei Euro donated, oder war es nicht Meser? Doch, ich! Ja, Doppelprost! Ja! Da muss ich jetzt auch was... Da muss ich auch noch was donationen, scheiße. Das kann ich nicht auf dem Heer sitzen lassen, dass Meser was donated hat und ich nicht. Also, ich hab auch schon donated für die Bäckerei. Stimmt! Ich bin... Weißt du, wie ich... ... der Spende gedankt hab? Ich bin zwei Stunden später pennen gegangen. Ja! Und bin dann aufgestanden, wo... ... wo die Bäckerleute dann langsam anfangen arbeiten. Oh, das ist... Wir beide bei einem Morgen oder so. Danke, Heiko, für dein Abo. Vielen Dank. Was hast du in deinem PC drin? Ach, ey, kein Bock mehr. Was? Oh, bin wieder weg. Mach weiter so und bleib wie du... Moin, LJ, alles klar. Alles schön und in den Stream. Klingt ganz gut. Äh... Lohnt sich das Game. Hatte überlegt, das mir vielleicht zu kaufen. Äh... Welches jetzt? Ähm... Plessanon? Ja, das ist übelst geil. Ähm... Keim ist online. Let's go. Genau, LJ. Ich bin mit... Oh, ich bin online mit... mit Tanzverbot. Danke. Äh... Aboista. Danke. Äh... Geiler Stream. Vielen Dank. Wir haben 100 Euro bekommen, um dich zu töten. Machen wir 50-50. Warte mal, what? Ich hab grad aktuell 16 Zuschauer. Läuft. Warte mal, wo ist die Zone überhaupt? Ich lauf die ganze im Kreis. Ähm... Da... Ach, nö. Scheiße, Mann. Du siehst, ne? Wir müssen über die Brücke, ne? Ähm, oder wir schwimmen. Ja, ich... ich... ich tendiere zum Schwimmen. Das wird eh nichts. Das ist scheiße, wenn man da rüber muss. Ja, eben. Das ist... also... das ist eigentlich im Prinzip ein Todesurteil, wenn du über die Brücke musst. Oder überhaupt rüber muss. Hm, muss nicht. Also wir können rüber schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Du weißt... ja... Komm mal in die Schweiz, kannst du bei mir chillen. Ah, nee. Das sind jetzt nicht so die Urlaubsgebiete, die ich mir aussuchen würde. Komm nach Bremen. Ey, Tanzverbot. Hm? Ich mach jetzt, äh, im Juli ne... 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 äh... ne LAN-Party. Komm mal vorbei. LAN-Party? Ja, LAN-Party. Was für? Warum LAN-Party? Ja, ich mach ne LAN. Eine richtige LAN. Bei mir zu Hause. Hä? Ja, entspannt. Gibt's auch was zu essen? Ja, klar. Also bis jetzt, also einmal, glaub ich, wie heißt der nochmal hier, äh, auch hier, äh, auch hier aus den, äh, von den Leuten hier, ähm, Dominik, glaub ich, wollte kommen. Also der RQ. Der wollte kommen. Ähm, dann kommt noch ein Kollege von mir, der übrigens auch schwarz ist, ähm, aus äh, Kloppenburg, hier aus Kloppenburg, hier aus Kloppenburg kommt dann noch einer. Ähm, okay, das geil ist, ne, er ist halb Jai Mercana, halb Finne. Okay. War das? Das ist ne komische Mischung. Ist ne, ist ne geile Mischung, oder? Hehehehe. Und, ähm, ja, ähm, dann kommt noch, ähm, da kommen noch, äh, ein paar Leute aus Hamburg. Und eine aus Stuttgart. Und dann wahrscheinlich 24 Euro? Äh, ja, sowas, sowas, sowas war geplant eigentlich so. Ähm, es, ich hab ne Vierzimmerwohnung, 80 Quadratmeter. Alleine? Ja. Wie kann's? Äh, 400 Euro. Ich, ich, äh, ich hab, ich hab, ja, ich hab's gekauft, ich hab Finanzierung gemacht. Also. Lol. Ja. Hab ein bisschen was angespart vorher. Ja. Okay. Das ist krass. Ja, ich mein, das ist das Beste, was man heutzutage machen kann. Mieten, äh, ist eigentlich ziemlich dumm, sag ich mal. Oder, ja, ich mein, wenn du weißt, dass du da länger bleibst. Ne, ich mein, ich wohne das ganze Leben schon hier, ne? Ich bin hier in der Wohnung aufgewachsen. Ich hab die Wohnung von meiner Mutter abgekauft, weißt du? Und, ähm, ich mein, wenn ich dann eh hier, sag ich mal, mein ganzes Leben lang wohne und dann statt 440 Euro 600 Euro Miete zahlen würde, ne? Und dann trotzdem zehn Jahre hier wohnen würde, würde ich, hätte ich mehr bezahlt am Ende, als ich, wenn ich, wenn ich gekauft habe, weißt du? Ja. Weil, muss ich dann in vier, fünf Jahren... Wenn irgendwas kaputt ist im Haus, müsst ihr das alle zahlen. Richtig. Hm. Heizung zum Beispiel. Aber, ich mein, wenn die Heizung, ich mein, wenn die Heizung zum Beispiel kaputt geht, die geht vielleicht einmal in zehn Jahren kaputt oder sowas. Dann bist du vielleicht 4.000 Euro los. Ja, gut. Aber, ist dann halt so, ne? Aber, äh, ich mein, das ist noch in Ordnung. So, aber, äh... Danke. Danke, Joey, für zwei Euro. Freut mich. Warte mal. Moin, moin, Panda Gaming, moin. Hallo, Maki Gamer. Wer hat 100 Euro gespendet, hä? Wer hat 100 Euro gespendet? Wer hat 100 Euro gespendet? Ist das hier so? Warte mal, was? Ja, so... Maki Gamer, willkommen zu Blacklist Stream. Du hast dann diese... Moin, er muss gucken. Ich muss gucken, ob ich, äh, dass ich komm. Moin, er muss gucken, ob ich, äh, äh, dass ich komm. Moin, er muss gucken, ob ich, äh, äh, dass ich komm. Alles klar. Äh, vergiss halt mich zu erwähnen, du Wichse, Alter. Ja, vielleicht siehst du sie nicht, oder? Ja, und LJ kommt auch noch. Ach ja. Ach ja, ähm, Tanzi. Äh, da kommt noch ein Kollege von mir, der ist LJ, der kommt aus Luxemburg. Okay. Ja, ganz entspannt. Gibt's auch noch? Ja, Luxemburg. Der ist voll cool drauf. Okay. Hm. Also, ne, also überleg's dir. Also, ähm, wird an einem, äh, ähm, an einem Wochenende stattfinden. Ich bin da zum Reden, tut mir leid. Hm. Ja, du taugst gerade, ne? Ja, irgendwie, ja, ich würd's, ich würd's nicht schaffen. So, ja, seh ich. Ich, ich, ja, das Problem ist, im Wasser kann man sich nicht heilen. Haha, geil. Scheiße. Nein. Ficken. Arschlecken. Ob jemand dich noch looten tut? Ja, wie denn? Also, du kannst froh sein, äh, Tremi, ne? Also, mich kann wenigstens keiner looten, ne? Ja, ja. Und die geile Sniper rausholen. Haben das nen Sniper ja gehabt. Ja, ich hatte ne Kack. Ah, vor dir, vor dir ist einer, das stimmt einer. Siehst du ihn? Ja. Du holt ihn dir von unten, oder was? Ich hab ne Idee. Auch wenn ich jetzt grad ertrinke. Er vergisst, hör mal, hi. Heile Löffelhex, äh, kannst du mich grüßen? Nein, das kann ich leider nicht machen. Ähm, weil das Tanzcode nicht so gerne möchte. Also, wenn ihr, äh, äh, von Tanzcode gegrüßt werden sollt, dann bitte bei ihm streamen. Also, äh, er meint jetzt mir, ich soll das bitte nicht machen. Ähm, moin Wolf, äh, moin Dr. Hunter. Was geht, Black Wolf? Hallo, Case Freak, what else? Ähm, boah, bisschen zocken mit Tansi. Ähm, ja, macht Spaß, ne? Also, haben wir den ganzen Tag auch schon. Ja. Entspannt. Muss nur zu, zu wissen, welchen Wochenende, dann komm ich auch mit Zug. Alles klar, Toys. Megapiece. Warte, was hier ist los? Ja, ich bin geil, äh, fröhlich. Äh, ich bin geil, äh, fröhlich, alles klar. Aber ich kann's nicht zeigen. Ne, ich weiß. Wegen YouTube, ne? Mhm. Naja. Bei, also, bei Twitch könntest du was machen. Ich meine, das machen ja die ganzen Mädels auch. Warte mal, in Alarm zu Euro 2 konnten natürlich die Erdsammler schießen. Was? Jetzt nicht die von der USA, aber die von den Alliierten, die konnten schießen, natürlich. Jetzt laber mich nicht voll. Ihr habt das Spiel bestimmt 500 Stunden gespielt. Hallo, Maeve02. Das ist 5,55 Euro und die Kostenübernahme. Meiner gesamten Schulden. Nein. Was, doch Schulden? Ah, ja, wer weiß, ne, wer weiß. Oh, Timo ist wieder wach. Ja? Timo ist wieder wach. Alter, wieso schwitze ich denn? Was ist denn mit mir los? Timo ist bei Tiny wieder da. Richtig, Jerry. Ich sag, ich wohne in Bremen. Ich bin in Bremen. Das ist immer mega nervig, aber... Ich bin ein Bremer Fischkopf. Hallo, der Reaktions... Dude, deine Stimme ist so geil. Dankeschön. So sind wir da. Alles klar, Vertox. Äh, Case Prequots. Ja, hab alle Streams geschaut. Es wird einfach nicht langweilig, wenn man euch zusammenschaut. No homo. Nice, danke. Freut mich. Was? Warte mal. Team. Okay, lol. Ja gut, das kann gut sein. Weil er halt im Vordergrund sein möchte. Ich werde ihn trotzdem nochmal in den Chat hier posten, damit ihr jetzt nicht unbedingt aktualisieren müsst. Einfach hier nochmal die Steam 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 ob jetzt welche in die Gruppe kommen? Ja man, drei Leute sind schon reingekommen. Boah, das muss ich auch machen. Steam-Gruppe, wo bist du? Äh... Boah, ist die Heizung bei mir an, oder? Jetzt sind schon wieder drei dazugekommen. Ich rede von Alarmstufe Rot 2. Natürlich hatten die Alliierten... Diese anderen hatten natürlich... Ist ja nur eine Autofahrt von 10, 5,5 Stunden. Ja, das ist ja auch so entspannt, oder? Justin, du stinkst, alles klar. Ja, du stinkst auch, Justin, alles klar. Wegen dir wurde ich von Silke gewandt. Nö, nicht wegen mir. Ich meine, City ist nach oben gekommen. Ich habe ihm ja nicht Bescheid gesagt, ne? Hä? Fernsehen, ach so. Wie viel Arbeitsspeicher hast du und den CPU-Namen, falls du ihn gerade auswendig weißt? Arbeitsspeicher habe ich 32 GB. Das ist der Corsair Dominator Platinum. Mit 3000 MHz. Und als CPU habe ich den i7 6700K aktuell. Aber ich will jetzt umsteigen auf dem AMD Ryzen 7. Äh, 1700er. Darauf will ich umsteigen, wegen Rändern und so weiter, weil ich einfach mehr Kerne brauche. Spüren Sie? Ne, das war, das war Halflight. Du brauchst auch 75 Euro. Ich brauche 75 Euro dafür, weil ich möchte mir einen Ultra-Wide Monitor holen. Von BenQ, äh, 82 Zoll. Äh, weil das halt besser ist zum Rendern und so weiter und zum Video bearbeiten. Weil ich mehr Qualität liefern möchte und dadurch, äh, wenn ich einen besseren Monitor habe und so weiter, dann kann ich auch, äh, bessere, äh, Dinger, äh, abliefern. Also bessere Videos. So, ja, ich habe gerade ein paar Fragen beantwortet. Ich habe meine, meine, äh, ich habe gerade extrem viele Videos irgendwie. Äh, gerade sind 21 Leute da. So für mich, für mein Verhältnis ist das viel. Wie viele? Sechs. Ja, ist doch gut. Ja. Ein Fortschritt. Ja. So für, äh, Löffel-Hacks-Monitor. Hä? Wieso Löffel-Hacks? Äh, 32 Gigabyte? Ja, richtig, 32 Gigabyte habe ich aktuell drinnen. Wegen Videorennen und so weiter. Als Grafikkarte habe ich eine GTX 1070. Ähm, ja. Ja. So. Mikrofon aktiviert. Mikrofon mutiert. Alles klar, Leute. Diesmal trinke ich mit. Ich habe das schöne Jägermeister aufs Haus. Unnötig am Spawn, bin ich. Wo ist mein Trinken? Mein Gott, ich muss so viele Bewegungen investieren. Ich habe mein Trinken hier. Ah. Oh, streck mich. Oh, streck mich. Oh, streck mich. Ja. Richtig. Einmal Arm aufstecken und drinnen kann ich saufen. Ich muss gleich wie möglich das holen. Sieben, Sechser. Ja. Scheiße. Wo ist mein... Keiner Manns wieder und so mal. Scheiße. Äh, wo wollen wir denn hin? Neun. 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 Dann würde ich sagen raus, ne? Drei, zwei, eins, raus. Sind wir auch diesmal alle zusammen oder sind wir jetzt gleich wieder? Ja, so eben. Also ich habe... Ja, doch. Schon ziemlich. Sowjetunion. Genau. Geschichtslehrer. Dankeschön. Das war's. Das habe ich verwechselt. Doppelpieße an die zwei Euro. Hallo, Jeff the Killer. Moin. Glaube ich mache was falsch. Ich habe nur 16 Gigabyte. Ich habe nur 16 Gigabyte. Ja, reicht doch auch eigentlich. Hallo. Hallo. Seekun. Welchen CPU nochmal? Ja, i7. i7 6700K. Ähm. Sind wir hier richtig? Bin ich hier richtig? Ja, ne? Auf jeden Fall sind hier, auf jeden Fall sind hier drei Leute. Ne, warte. Mesa, du bist alleine. Mesa, du hast wieder verkackt. Mesa ist wieder verkackt. Mesa ist wieder verkackt. Ja, du siehst doch, du siehst uns in meinem Stream. Was? Ich bin ungekippt. Über den CLR-Bros eben einen anderen Stream einblenden. Ja, aber ich finde, ich, ich, ich renne jetzt euch hin. Mann, hau immer ab hier. Meins. Meins. Ja, erst mal, erst mal Pistole geholt, ey. Gönn dir. Ja, Pistole? Ja, Pistole. Meins. Meins. Alles meins. Polo. Nein, für die. Nein. Solo, tschüss. Nein, nix ist. Nix gibt's. Ich glaube, ich mach das nachher einfach mal Solo. Ja, komm, dann wirst du nicht krass. Gesundheit. Ne, war nicht, war nur Fake. Achso. Ne, war es nicht. Immer diese Faker, ey. Okay. Alter Maul. Oh, da. Na, ich bin weiter. Danke Reaktionsdude für dein Abo. Ist nicht real. Alter. Und danke Noah für dein Abo. Na, 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 na. Ich will auch mitsingen. Nein. Ha. Sowjet-Russland haben Erzsammler, die schießen können, aber man laden und haben bessere Panzerung. Die Alliierten haben dafür welche, die... Da kann sich niemand aus. Ja, ja, ich weiß das. Ich hab jetzt halt nur diese Alliierten und Sowjetunion auseinander, äh, verkehrt ja noch mehr auseinander. Ach, das ist egal. Sowjet-Kurva. Jetzt hab ich irgendwie voll Bock wieder das zu spielen. Welches Spiel denn überhaupt? Ja, ja, Command & Conquer Red Alert 2. Achso, Command & Conquer. Command & Conquer. Danke für dein... Oh, danke für dein Abo. Oh fuck, ich war nicht... Ihr seid ja richtig dreist, ihr habt ja schon alles gelootet, was ist los mit euch? Ich bin nicht dreist. Ich hab nix. Ich hab wirklich nix. Ich hab... Ja, mach ich auch um 4 Uhr morgens. Arschloch. Ich geh wenigstens arbeiten. Moderator bekommt nur die Leute, denen ich vertraue oder die mir Titten zeigen. Ähm... Ähm... Tanzi... Tanzi... Was? Darf... Darf ich dir mein Titten zeigen? Was? Fuck. Nein. Hahaha. 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 Sorry, hey. Alles klar. Mikrofon muting. Vielen Dank, vielen Dank für dein Abo. Da kannst du mich moven, bin im TS... Äh, ich kann dich jetzt nicht hochmoven, das geht nicht, weil wir in der Aufnahme sind, beziehungsweise im Stream. Mikrofon activated. Äh, Tremi, willst du mit uns, oder? Äh, achso, oh, 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 ihr seid schon weiter gelaufen. Ja. Ja, ihr habt ja noch paar Räume. Also, Connor, wenn ich mal moven kann, dann, dann nur tanze ich höchstpersönlich. Ich hab sowieso keine Move-Rechte. Ich hab sowieso keine Move-Rechte. Mikrofon activated. Ja, bitte. Ja, du, ja eh nicht. Alter, ich hab nix, Mann, Leute, Mann, lass mir doch irgendwas da. Ich hab nur einen verfehlten Revolver. Lauf nicht weg. Ja, wohin denn? Ey, ich bin hinter dir. Ja, komm her. Ja, lauf du mir doch nicht weg. Ja, wie kann man ne Waffe droppen? Ja, du drückst Tab und ziehst sie von deinem Slot raus. Bist du ein Ehrenmann-Doppelpiece. Oh, vielen Dank. Danke für dein Abo. Warum sind die anderen so leise? Hä, wie? Hä, die sind doch verlaut oder nicht? Äh, wieso? Sind die so leise? Kann doch gar nicht sein, warte mal. Jetzt, jetzt sollten sie lauter sein. Ah. Deutlich lauter. Ah nee, warte mal. 30 Schuss drin, Alter. Bei meinem Spray-Verhalten brauche ich die 30 Schuss, um jemanden anzuhitten. Ey, das geht mir auf den Sack stundenlang, ist ja rumgerendet für nichts. Dann einfach, die ersten Gegner töten dich. Okay. Ich muss jetzt den Ventilator wieder ausmachen, sonst höre ich nicht. Lass mal eine rauchen. Ne, ich bin kein Raucher mehr. Seid froh. Rauchen ist scheiße. Teueres Hobby. Ja, ich trinke jetzt nur noch ein Bierchen. Ich trinke jetzt nur noch. Nein. Rauchen ist scheiße, ich trinke jetzt nur noch. Ne, in Holland ist ja gar nichts. Mann! Du Hurensohn-Tür! Alter! Du kriegst eine 0,5-Dose mit 7,6 Prozent. Weißt du wo? Holland. Geil, ich will nach Holland. Ich muss nicht mal ne Stunde fahren. Ich auch nicht. Ich wohne in Bremen. Ich wohne in Osnabrück. Ja, ist doch voll um die Ecke. Du bist Niedersachsener Typ, ne? Ja. Ja, also zu dir bräuchte ich, also nach Bremen bräuchte ich auch nur so knapp ne Stunde fahren. Ja, nicht mal. 40 Minuten vielleicht. Ja, je nachdem. Verkehrslage, ne? Ja, stimmt schon. Vergesst nicht die Autobahnen, die jetzt alle umgebaut werden. Was ist los? Pass bloß auf, ey. Bei uns wird jetzt am Wochenende der Hauptbahnhof umgebaut, ey. Alle Gleise werden entfernt, also es fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ja, unser ganzer Bahnhof, also komplett der Innenstadt wird renoviert. Ja, wir sind ja noch altstadtmäßig, ne? Und jetzt wird alles modern gemacht. Ja, ich war schon zweimal in Bremen. Ja, du weißt ja wie der Bahnhof aussieht und so weiter, ne? Ja. Der sah jetzt seit 19 Jahren so aus. Jetzt wird er komplett neu gemacht. Er ist so nice. Ja, kostet auch nur 24 Millionen Euro. Ist ja easy. Nur. Ja, nur. Er ist aber besser als für unnötige Sachen zu investieren, wie zum Beispiel ein Stein in die Stadt zu platzieren. Ja, Mann. So, wieder da. Kann das dann die sappeln die ganze Zeit und achten nicht auf uns? Schau mal wo die sind, Alter. Einfach erstmal hinschießen und irgendwen von den Headshopsen schießen. Äh, mit wieviel FPS spielst du Players Unknown Battlegrounds ohne Stream? Ohne Stream spiel ich Players Unknown ungefähr mit... 100... Ja, mit 100... 150. Die entfernen sich noch mehr. Ja. Ja, wir rennen jetzt schon mal. Ich hab hier noch andere Kopfhörer, die ich aber nicht zum Dings benutzen kann. Die hab ich mir mal geholt, weil ich dachte, die sind besser. Also, die sind schon nice, aber die sind halt offen. Und da war ich halt dämlich gewesen. Hier. Genau, hier war das. Von AKG. Die kennst du denn wahrscheinlich auch? Mich regt das voll auf, weil die vom Sitz... vom... am Kopf sitzen viel besser sind. Aber... Oh, Alter. Wer schießt? Sorry, verglückt. Aber weil die offen sind, die sind halt so... Also, ich hätte niemals gedacht, dass offen so schlimm sind. Wenn man offene Kopfhörer hat, man schießt und man hört das am Mic. Echt jetzt? Was ist denn... Was ist denn los? Auf jeden Fall danke für die 2€. Freiberufler donated 3,50€. Grüße aus Berlin-Spandau. I, Alter, du bist in der... Ähm... Och, nö. Ähm... Ich hab jetzt gesehen, dass man über Paysafe spenden kann. Das heißt, ich kann beim nächsten Mal spenden. Ja, ist echt freundlich, aber brauchst du echt nicht machen, ne? Alles auf freiwilliger Basis. Ich brauch echt AK-Munition, ne? Also, wenn jemand von euch AK-Muni hat, ne? Sagt Bescheid. Nein! Cheeseburger kriegt man nicht für 1€. Die kosten 1,25€ oder sowas. Echt? Ja. Bei uns kosten die noch 1€. Ja? Ja, ist wohl kein frisches Fleisch. Blackwulf, kannst du dir den Hotkey nicht einfach auf Komplett-Muten setzen? Oh, fuck. Komplett-Mute und dann checkst du auch, dass du gemutet bist, wenn du gar nichts mehr hörst. Achso, reicht das? Ich mach das... Ich bin immer komplett gemutet, wenn ich rede. Also... Achso, also wenn man diesen Komplett-Muten macht, dann redet man auch nicht, ne? Ja. Okay, gut. Ja, doch, den hab ich auf Numpad 6 drauf. Weil ich mach mir meistens beides. Okay. Aber er entmült mich dann nur mit einer Sache irgendwie. Keine Ahnung. Wani kann das Kauen kommen. Ach, Wani. Wer ist der beste POB-Spieler von euch? Das kann man gar nicht so sagen. Wir eigentlich alle relativ gleich sind. Ja. Die meiste Spielerfahrung hat, glaub ich, bis jetzt... Ich glaub, Tanzverbot hat die meiste Erfahrung. Hä, wieso? Ja, immer so sicher ist sicher, ne? Verhütend. Ähm, Leute, ähm... Ja. Hatte ich ja von euch noch AK-Moni? Das wär super. Ich hab 22 Schuss insgesamt. Ich hab... Ich hab... Ich hab 30. Ne, du hast mir keinen AK... Ja, du hast mir AK gegeben und AK-Moni, aber das waren... Das waren 50 Schuss, die du mir gegeben hast. Ich kann dir 60 Schuss geben. Hier 60, 60. Über die... Okay, perfekt. Dankeschön. Dann hab ich ja nichts mehr. Ja, perfekt. Ich glaub, das wär ganz gut, wenn wir jetzt nach Pochini, Pochini gehen. Ähm... Ne, ich bin noch zu schlecht ausgerüstet. Lass mal nach unten. Ist Twani ein Mädchen, ja? Sie ist ein vollwertiges Mädchen. Ja. Ja, ja. Das ist ja mega der Männername, Alter. Ist so, echt ey. Vanessa. Das freut mich. Wer ist denn dein Ex-Freund? Vanessa. Das ist einfach so... Ich hab das am besten sogar noch richtig tief betont. Hallo, ich bin Vanessa. Scheiße, Mann. Ich hab eine GTX 1050, aber einen scheiß Prozessor und nur 8 GB. Kann ich das irgendwie falsch machen? Wenn ich jetzt 16 GB kaufe und den i7 Prozessor? Ne, also ist das nur ein Plus. Je nachdem, welchen Prozessor hast du denn aktuell? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn du jetzt einen AMD oder sowas hast oder einen alten i7 oder Intel, dann kannst du es auf jeden Fall besser machen. Aber wenn du jetzt einen i5, sag ich mal 5000 irgendwas hast, dann löst sich das nicht. Aber auf jeden Fall mehr RAM. 16 GB ist heutzutage Standard. Oh, der Uzi. Oh, ich brauche eine Schruppflinde, wäre auch immer geil. Hier ist eine Schruppflinde bei mir. In meinem Haus. Ja? Wo denn? In einem gelben Haus. Bei mir, ja, hier. Ist dämlich, was ich tue. Also kommt mir hinterher. Oh, hier liegt das gar. Okay. Hier, hier. Jawohl, jawohl. Wo? Achso, da. Nein, war keiner. Ich will nur, dass er kommt. Und, ja, danke. Wir und die anderen. Und, ja. Ach, hör doch mal auf mich jetzt so mit so Pizza zu fragen. Was soll denn das? Magst du Pizza Landluft? Was soll denn das? Pizza Landluft. Oh, geil. Pizza. Aber, äh. Ich kann dir echt nur eine Pizza empfehlen, ne? Ich esse keine Pizza. Ne? Sowas bestelle ich nicht. Was denn? Hallo, Wanni. Du hast mir ein sehr gutes Bild im Stream gemacht. Ja? Ja? Ich hab dir News geschickt. What the fuck? Ist auch so. Ist auch so, ich schwör. Tim, nur weil du keine bekommst. Hallo, Tim. Selbst wenn du es hier nicht bewusst ist, er hat halt... Ich war. Du hast ein bisschen geleckt, kannst du wiederholen? Nein? Okay. Genau. Also ich geleckt habe. Das sagst du mit deiner 1K Polenleitung. Du hast geleckt. Du hast wirklich geleckt. Du siehst du? Du hast echt geleckt. Alle stehen hier hinter Wanni. Wie? Wie wird der einfach alle in den Rücken fallen? So große Titten hat die nun auch nicht. Doch, eigentlich schon. Ganz ehrlich, Tim? Ja? Ich freu mich schon auf PC-Welt. Du kannst kurz weiter, wenn du von Wanni reden. 2800 Leute gucken so. Hi. Okay. Ach ja, übrigens, das ist der Junge. Jetzt habe ich was verpasst. Ey. Ja, deswegen. Ist er ja auch. Ist er ja auch. Ist er ja auch. Weil du nicht weißt, was abgeht, wenn du nicht auf dem Team-Sweak bist. Ja, wir alle sind mal rüber gegangen. Hast du gerade... Geier dir dann auf mich? Hä? Ja, Mann. Ja, das ist es. Boah, ich... Oh, ist das geil. Oh, ja. Drachenlord hat eine bessere Leitung als du. Okay. Ist er... Okay. Das frontet mich ja schon. Ist jetzt aber hart, ey. Ich glaube, ich habe mehr Upload als er Download. Als ob da oben so viele... Warum bin ich hier schon wieder alleine? Wer ist denn hinter mir? Ja, Mesa. Mesa ist der, der immer hinter mir hält. Natürlich. Wer hinter mir steht, hinter mir hält. Hinter mir... Ich warte nur, bis du tot bist, weißt du, dann loote ich dich. Achso. Du, Xa. Beste, was man machen kann, ne? Jürgenmann. Jürgenmann. Shit. Sound muted. So, nicht, damit ich das... Warte mal... Sag mal... Is... Abraham Skook lieber Blackwolf. Okay. Leute. Aber zu allen... Ne, kann ich nicht machen. Ich habe die Nintendo 64 zu meinem PC umgebaut. Das ist mein leistungsstarker Computer. Läuft. AMD Arthlon... Ja, gut. Ja. Ja, AMD Arthlon ist schon sehr alt. Ähm... Ja, du solltest definitiv... Definitiv... Ja, FM2 Plus. Ja, du solltest definitiv umrüsten auf Intel irgendwie. Aber... Was... Wenn ich dir was empfehlen kann, hol dir AMD Ryzen. Hol dir AMD Ryzen. Hol dir AMD Ryzen. Am besten... Ich weiß nicht. Für dich reicht eigentlich ein Ryzen 5. Und... Ähm... Ja. Ja. Also... Es ist das beste was du machen kannst eigentlich. Also Ryzen ist... Äh... Im Moment viel besser als Intel. Viel besser. Und von Preis-Leistung sowieso. Tatsächlich falsch machen. Kann ich dir nur empfehlen. Ich grüße dir selber um auf AMD Ryzen. Ich grüße dir selber um auf AMD Ryzen. Das ist eigentlich scheiße, dass wir so mit dir reden, weil dann hat niemand Respekt vor dir. Ja, ja. Damit kann ich leben. Alles klar. Das... Dann nennt dich jemand vor, du banst ihn und dann meckere ich dich an, warum du ihn banst. Jemand hat schon die ganze Zeit reingespampt in Caps. Wanny hat den, äh, reingebekommen, weil sie gelutscht hat. Ja, den banst du weg? Ich weiß nicht. Alles klar. Ja, aber sowas bannt man ja trotzdem weg. So, weil das machen wir. Aber ein Typ, der dich nicht kennt, der... Ja, deswegen ist er auch weg. Glaub ich. Ich hab die auch mal eingelutscht. Du schon wieder? Ah, geil. Tim? Ich hab Stanz gespielt. Ich hab an Stanz gespielt. Was hier sitzt drauf? Ach, ich mag es, dass man mit dir so kompetente Gespräche führen kann. Ja, Mann. Ist aber echt so. Er ist richtig korrekt, auf jeden Fall. Also, ich mag ihn jetzt noch mehr. Ich nicht. Eigentlich müsste ich das Stanz jetzt zeigen, weil das so ein Klischee wäre. Was? Dass ich eine Waffe auf dem Klo gefunden hab. Oh geil. Da liegt der M416 drin. Ja, bei mir aber auch. Wanny ist 13. Wanny, Leute, Wanny ist ein Junge, der ist aber nur noch im Stimmbruch. Hä? Gestern war sie doch schon 14. Sie hat eine ganz sexuelle Anspielung und dann kommt irgendwann raus, dass sie so ein fettbeharter Typ ist. Ist echt so, ey. Miss Stimmpfatzsager. Und ich bin trotzdem mit ihr zusammen. Oh mein Gott. Wanny, du tust mir leid. Nix geht nicht, Tim. Oh nein, 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 nein. Ich bin vom Haus gesprungen. Ich bin tot, Leute. Was? Ich hab nur minimal Schaden davon getan. Ich hab nur minimal Schaden davon getan. Bitte? Mann! Ich hab geschrieben, dass es ein Must-Have ist. Must-Have was? Wanny, der hat dich jemals als Ossi beleidigt. Als was? Als Ossi? Ja. Bitte nicht. Oh mein Gott. Ist daran jetzt so schlimm? Als ob der 70 Euro gespendet hat. Wann der? Danke. Vielen Dank für dein Abo. Vielen Dank. Road to 1k, würde ich sagen. Also ich würde sagen, bei 1000 Abonnenten, hier hat man ein schönes Giveaway. Was? Genau. Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht eine PSFK, vielleicht ein Game irgendwie. Irgendwie sowas. Ich lass mir was Schönes einfallen. Und das war's. Ja, das tut mir leid. Beine Spaß. Sound muted. Ja, geil. Mach ich. Äh... Warte. Äh... Ist das ein bisschen Drachenlord? Alles klar. Für FBS werde ich also... Was denkst du, Players Unknowns Battlegrounds spielen? Ich denk mal so, zwischen 80 und 100 sind auf jeden Fall drinne. Äh, du bist so geil. Ich feiere dich so ohne mal schon seit vorgestern. Und vielen Dank, das freut mich wirklich, ne? Game Young, das freut mich. Kein Problem-Reaktions-Dude. Ähm, am besten guckst du noch mal, um dich... Am besten zu informieren, wenn du ein Budget hast. Guck mal bei Hardware Rat vorbei. Der ist auch grad mit uns im TeamSpeak. Und, äh, guck mal bei ihm auf YouTube vorbei. Der hat auch glaube ich 90.000 Abonnenten. Und, äh, der hat echt gute Infos. Also, was CPUs und so weiter angeht. Wieso? Wieso? Du musst ein PC zusammenbauen. Oh Gott. Äh, aber... Und ich zeigen kann, dass es ein Mädchen ohne Vorahnung ein PC zusammenbauen kann. Nur mit meinem Tutorial. Ja. In echt? Oder mit so einem Simulator. In echt. Aber, äh, Tim, die Teile sind dann alle von dir gesponsert, ne? Ja, ich mein, sie muss ja auch was davon haben. Ja, Wannis PC ist sowieso von dir. Alter Schwede. Ja, siehste. Aber, äh, ich, ich hab grad ein bisschen Promo gemacht für dich. Weil, weil mich fragen grad so ein paar Leute, äh, ähm, kann ich mit meinem PC ein bisschen, Hard, äh, äh, Dings des Players Andon spielen und so weiter. Und dann hab ich gesagt, ja, schaut mal bei Hardware Hard vorbei. Der kann sich da am besten, also mit, äh, wenn ihr, äh, sag ich mal, so und so viel Budget habt. Ne? Der kann gar nicht. Dann könnt ihr da mal vorbeigucken, weil der hat da ganz gute Konfiguration. Richtiger Ehrenmann, Alter. Was ist denn los mit euch? What the fuck, man? Schon wieder 50 Euro. Ach so. Läuft bei dir. Warte mal. 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 3,2 Gigahertz. 4 Kerne. Und wollte eine 1080 kaufen. Reicht das noch, äh, oder sollte er lieber die CPU upgraden? Also, ob die irgendwie begrenzt irgendwie. Also. Äh, gut, äh, das wird er jetzt eh nicht hören. Oder willst du es ihm schreiben? Äh, er hört das. Ich bin live. Ach so, in deinem Livestream? Richtig. Ah, ähm. Er kann sich erst mal die 1080 kaufen und dann, wenn er es merkt, das nicht reicht. Das ist so ein Grenzfall, kann man sagen. Ne? In dem, in dem einen Spiel können der Prozessor ein Flaschenhals sein. In dem anderen wiederum nicht. Niedrigen Takt, kein Bock drauf. Nö, der wird bis 4 Gigahertz laufen. Von Ryzen? Ja, weil die ziehen ja arsch wenig Strom, die Ryzen. Das ist kein Problem für die. 5 Euro von Ruben. Doppelmittelfinger an die, die ihr zurückziehen sollte Lappen. Ja, ich geh da auch vor. Aber, warum sollte, aber, äh, wie viel soll denn der kosten der 16-Kerner? Weil, weil, jetzt hast du mich heiß gemacht. Es wird spekuliert auf 1000 Euro. Na gut, das, das, das wäre mir persönlich zu viel. Hat jemand einen Sniper? Ja. Das wäre dann die größte Rechenleistung, oder? Richtig. Also, von Renderleistung steht der beim Intel 18-Kerner nicht sonderlich hinterher, weil ich bezweifle mal stark, dass der Intel 18-Kerner wirklich an den, wegen dem hohen Stromverbrauch an den Takt von dem Ryzen hinkommt. Das sind noch keine Taktraten bekannt, soweit ich weiß. Also, ich mein, Ryzen, die sind echt Strom sparen, sag ich mal, mittlerweile, ne? Äh, und... Warte mal, hier oben ist einer auf dem Berg. 240. Okay, Moment, ich komm. Wir haben vier Versuche drauf, ja. Hä, was ist denn los bei euch? Junge! Schon wieder 100 Euro. What the fuck? Alter. Ich werd richtig neidisch, Mann. Ich auch. Ich nicht. Habe ihn, habe ihn. Nein, hab ihn nicht. Ja, liegt er? Nein, er hat sich hingelegt, hat sich hingelegt. Weiß drauf. Nein, aber du wirst nicht gegen den Geld mit mir zusammenhalten. Der Tat wird dort eutig nur bei PC-Welt-Video. Ich hab ihn ausgenutzt. Da ist noch einer? Ja. Hm? Ja, fuck, 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 fuck. Leute! Ja, du bist zu weit vorne. Versuch weiter nach hinten zu kommen. Ja, ich... Ja, er kommt hier hoch. Er kommt hier hoch. Er will zu mir. Ja. Ja, ich bin direkt hinter dir. Er will zu mir gerade. Ja, ich bin da unten. Von der Seite bist du gekommen. Ja, da sind zwei Stück. Einer war links irgendwie und einer war rechts noch irgendwo. Schade, egal. Schaust du irgendwelche Serien, Rick and Morty, Attack on Titan oder Walking Dead oder was ganz anderes? Ich guck Attack on Titan. Ich guck... Walking Dead hab ich schon fertig eigentlich, soweit ich jetzt... Ähm, was ich jetzt letztens geguckt hab, war Gossam. Also aktuell guck ich immer noch, also guck jetzt gerade die dritte Staffel. Ähm, Flash hab ich geguckt. Ähm, Heroes hab ich geguckt. Ähm, Grimm hab ich geguckt. Ähm, was hab ich noch geguckt? Und Marvel. Also wirklich alle Marvel-Serien, die es gibt. Also so, äh, Iron Fist, äh, Avengers und ähm, ähm, wie hieß das andere Ding da? Ähm, das... Naja... Iron Man natürlich und sowas, ne? Aber wie hieß denn das andere jetzt noch mal? Shield, genau. Shield hab ich geguckt. Agents of Shield. Ist auch eine ganz geile Serie. Aber ich liebe ganz... Ich liebe echt so Animes so, ne? Also Death Note, äh, äh, Elfenlied, ähm... Was gibt's noch? Ähm, hier... Naruto guck ich ganz gerne. One Piece. Sowas halt, ne? Äh, alter Tim der Pimp. Nice, danke. Jo, kein Problem, Jonas. Ja, moin, Marcel. Hallo. Wären immer mehr Zuschauer, ja? Find ich gut. Aber auch wenn man wieder... Weniges. Kommen und gehen wieder welche. Bist du grad mit Hardware Rad? Ich sp... Ne, ich spiel nicht mit Hardware Rad. Hardware Rad ist grad bei uns im TeamSpeak. Also ich bin grad bei Tanzverbot im TeamSpeak. Also ich spiel mit Tanzverbot und Hardware Rad ist mit dem TeamSpeak. Äh, ist mir lieber als Tanzverbot-Spam-Chat. Ähm... Gieß mal... Was ist denn mit M? Sound resumed. Ja, ich werde dich tönen. Mich? Nein. Wani! Ja? Ich soll dich von Yolo-Boy Ultras grüßen. Jo, Tanzi. Sag mal, Wani, schöne Grüße von den Freunden, die sie für Fame verraten hat. Grüße mal Son... Son Yusin und... Son... Und Son Caro. Grüße an Fitness... Grüße an... Grüße an Fitnessfloh. Sound muted. Äh... 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 Wenn du ganz den Anime meinst, den finden die so geil. Weiß ich nicht. Äh... Äh... Und auch alle anderen Serien eigentlich so. Also deswegen... Also bei... Being Serious findest du eigentlich alles. Also b... Also b... bs.to Da findest du eigentlich alles. Sound resumed. Mhm. Eigentlich haben wir jetzt hier noch ne gute Position. Wenn du oben hältst, halte hier weiter unten was. Tim noch da? Ja Tim noch da. ать reverberate! Teiner? Ja... 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 Jaa... Er ist tot. ч seven übricht. I myself don't! Chave is ill then Promo! ja hier close, direkt vorne, Süden ich hab zwei Euro geschmertet gefragt, ob ich unterkommen darf, er sagt ja von unten snipe jemand mit der SKS hoch wenn du möchtest, darfst du eine Runde mitspielen vor mir ja aber nur, weil ich dann einen Osten, Osten, einer komm mit, wir brauchen eine andere Position wir werden gleich von zwei Seiten parkiert also wenn ich mal einen Schlingel, braucht der mich hart, den Arsch weg, bist du es äh, ja, wir müssen uns hier einmal kurz konzentrieren oh, wir müssen jetzt der müsste eigentlich hier uns gut halten können oder, du gehst noch runter zum Baum oh ja, es bleibt hier einfach oh Almesa, Richtung, äh, Südosten, ne da waren welche Tami, ich soll dich fragen, wie du Neulav heißt ich? Ich heiße Lukas hallo Lukas hallo hallo jetzt weiß ich das auch mal ja, ich wollte eigentlich nach der Runde auch hinter meinen Namen schreiben ich wollte cool sein was hinter deinen Namen schreiben meinen, meinen Vornamen so wie ich meinst du? ja also ich glaube die sind hinter dem Berg also, Vorsicht Mesa, es könnte was von links von dir kommen nicht die Anime, also nicht die Neulav Verlage davon, achso, okay äh, Code K, Gs beste oder Angel Beats, ja Angel Beats habe ich auch geguckt ähm ach ja genau, welchen Anime ich richtig geil finde, ist, äh, Sword Art Online ohne Spaß, ne ich hab das gesuchtet, so, und ich war auch letztens im Kino, äh, und hab mir da, äh, ordentliche Scale reingezogen ey, das ist so geil, ne ich liebe, Sword Art Online beste überhaupt muss ich mir, muss ich mir immer wieder reinziehen ja, das Ende weiß ich eh noch nicht Marcel muss ich nicht noch ein neues Mainboard kaufen? wegen dem CPU die Frage wenn du dir eine neue CPU kaufst, musst du auch ein neues Mainboard kaufen, natürlich das ist, äh, klar ja, das musst du auf jeden Fall aber wenn, wie gesagt, ich würde dir halt zum, äh, für einen AMD, äh, also AM4 Sockel also Ryzen würde ich dir empfehlen ich persönlich, am besten guck's aber bei Hardware Rad vorbei, ja weil der, äh, kann das wirklich am besten erklären komm gleich wieder danke Jonas, äh, für 5 Euro musst du jetzt einfach was spenden, finde dich mega sympathisch, bleib so wie du bist vielen Dank Jonas, vielen Dank vielen Dank ähm, das erste Staffel von SAO war saunice, aber zweite Staffel, ja, zweite Staffel ging so, ne ähm, ach komm, bessere, bessere wäre es, bleibt, oh, One Piece, ja, One Piece ist echt nice aber ich finde Arudus auch geil, ne also die beiden so konkurrieren so bei mir, ne also ich meine, ich finde beide extrem geil ähm pff, ja, Abrams, äh, ne so wieder da, alles klar, Bullock ich gehe ganz kurz ins Wohnzimmer und dann komme ich wieder ich mache aber ganz kurz die Cam aus also bis gleich so, äh so, äh warte, nur mal erstmal ablehnen hallöle mein Akku ist eh gleich leer dein Akku ist leer nimm ich besser, ne äh, Black5, du bist immer noch in der Lobby bei mir, ne ich muss mal ganz schnell mein oh ja, sorry ich muss mal ganz schnell mein Ladegerät holen jetzt besser? ja wer von euch wollte denn um 12 Uhr abbauen, naja ja, ich ich glaube du, du musst doch mal arbeiten wo ist mein Ladegerät? ja, hä, hä muss ich doch und wer du hast wer ist getan noch offline? bist du morgen online? ich meine, okay ich kann doch bis 2 Uhr machen, ne also so ist es ja nicht oh mein Gott, mein Ladegerät war die ganze Zeit da und ich hätte gar nichts stehen ich meine, morgen ist Freitag, oder? keine Ahnung ich bin zum Tage gebildet oh geil morgen ist ja nur bis 12 Uhr ja, ich habe Urlaubs Ich will wissen, wie ich jetzt gerade auf Bett gefallen bin. Ich bin jetzt gerade vor der Durchzug. Wer hat gerade gefragt, ob ich offline gehe? Ich. Timo war das, oder nicht? Ich. Ich hab nur gefragt. Marcel. Du gehst nachher offline, dann hab ich dich ersetzt. Ich empfohlen, scheiß auf Marcel. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Marcel, ich mag dich doch eigentlich. Marcel, ich mag dich doch, weißt du doch. Ich hab zweimal dein Motorrad zerstört, ich hab dich einmal überfahren. Guck mal ein Ice-Trip, wie du schläfst. Okay. So wie Desi. Pass auf, ich frage mich auf den Ständen. Das stimmt, Desi hat wirklich danach eineinhalb Stunden weiter gestreamt. Was ist jetzt los? Hä? Hallo? Okay, Marcel. Äh. Warte mal. Hier kommt der Money. So, ich mach... Money. Mh. Vielen Dank, Bullaug. Danke Bullaug. Danke Bullaug. Danke Bullaug für 5 Euro. Und Grüße geht zurück nach Köln aus Bremen. Vielen Dank. Äh, ich komm jetzt gleich wieder. Ich hab's noch nicht geschafft irgendwie aufzustellen. So, ich bin gleich da. Ich muss kurz was holen. Keiner weiß wer das ist. Jetzt schreiben ich. Irgendwie sieht das mit dem Oberlippenbuff voll heftig aus. Ich sollte nur mit der Echte haben. Ich donate gleich einfach nochmal 2 Euro, ne? Und dann nehm ich irgendeinen random Namen und schreib einfach rein. Lass Marcel doch mitmachen, der Arme. War ja auch ne 2 Euro Spende. Lass doch Hartberat mitmachen. Und dann als Spendenarme Marcel. Du musst euch von deiner Fanpage grüßen. Tim! Soll ich auf deinem Namen reinschreiben, dass du mitmachen sollst? Du schreibst in deinem Namen, dass ich mitmachen sollst. Hans hat sich schon längst unmuted, er hat alles gehört. Oh fuck. Da war ja was. Mensch du. Machst du das? Nichts. Wir haben jetzt Stress? Ich. Ich hab mittlerweile den... Unnormal beef. Was? Unnormal beef? Ich flog beef. Wer zockt jetzt mit? Ja, aber wir sind gerade 6 Freunde bei Battleground. Ich hab jeder will. Ja. Ich will zocken. Ich will keine Fanpage gründen. Ey Hardberat. Und jeder legt die Nudes auch die er von ihr bekommen hat, bevor es mit Tim zusammen war. Tim. Ey Tim. Oh mein Gott. Jetzt gackern sie alle wie sie Hühner. Er hat uns gerade veratmen mit dem Lachen. Er guckt wieder ernst. Ey Timo. Ey Timo. Ich hab gar nichts zugehört. Bist du mein Hühnchen? Ich sprüge um schon wieder eine Spende. Ähm. Willst du mein Chicken sein? Seid er. Wenn du mich deinen Arsch weckst. Ja. Ähm. Wollen wir uns immer abwechseln oder was? Abwechseln finde ich kacke. Ich hab auch schon eine Runde gedreißen. Ich mein ja... Aber warte mal. Warte mal. Leute. Wir sind doch genug Leute oder nicht? Die players anderen spielen wollen oder nicht? Ja. Warum machen wir es nicht so, dass wir einfach zu viert spielen und zu viert? Äh. Schlaf streamen bitte. Dann fühlt es sich an, als wir zusammen schlafen. Mesa? Oh, ihr seid ja so süß. Aber Mesa? Ja? Wir spielen noch, ne? Ach, wer redet hier überhaupt? Ja, ähm. Ja, ähm. Da ist es... Da ist es das Schwarze hier. Ach, ja. Ja, ich bin bei Tiny. Ja, was? Habe ich so Tiny? Ich bin... Ach so. Ich bin im Team-Speak, Mesa. Ja, weiß ich doch. Ja, gut. Ja? Aber... Aber wir spielen noch, ne? Mesa? Ja. Wir spielen noch mal schon mal. Pisst euch mal alle jetzt hier. Los, jetzt raus. Ja, hier, hier. Ich bin... Ja, move mal bitte nach oben da irgendwie. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wie das Passwort war. ich habe keine ahnung ich glaube ich mache wirklich mal ein schlaf stream die sache ist ich schlafe nackt und wenn es nachts warm ist mache ich einfach die decke weg dann werde ich so wach guck auf dem broadcaster wird erstmal fett auf dem pimmel gespringt aber vor dem einschlafen wichsen nicht vergessen da muss ich dann sagen dass die minderjährigen zuschauer mal kurz ihre augen zu machen müssen also nur die männlichen nicht die weiblichen ach ja hardwarerad du bist du bist auch bis auch herzlich eingeladen nein lan party im juli bremen ist voraussichtlich so in zwei wochen drei wochen am wochenende ja tim du holst mich ab aus berlin ach ein kleiner umweg gleich habe ich mir seinen führerschein äh kilian machst den schlaf stream was ist so auf es sind so zweieinhalb tausend euro donated ist echt so dann guck ich mir so die donations an mach weiter so ich feier dich er liest gar nicht vor unreal er freut sich gar nicht geh doch in deinen ts mach ich vielleicht ja dazu lässt ach gott ja gut dann äh wanni ähm move uns am besten mal ich würde sagen ich würde sagen korrekt korrekt 2 oder da kann halt jederzeit jemand reinkommen ach so ähm ja gut oder ja ist so auf jeden fall ja auf jeden fall ja auf jeden fall die beiden und ich weiß nicht wer noch wer noch mit bei uns machen mit äh 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 wie heißt er nochmal ja tremi ja 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 genau äh darf ich auch in den tiny chat und ich glaube Marcel auch ja Marcel wollte auch mit ja ja kannst du rein ok oh man Timo äh Timo mein Hase du ja Marcel ne oh Junge ich hab mein mein Bart gefärbt das war eigentlich schwarzbraun und ich hab vergessen nach 5 Minuten runter zu machen nach 10 Minuten runter gemacht jetzt du war schwarz warte mal das bist du mit tiny drinnen ja ja warte mal bin ich noch bei tiny weil Kilian ready mach gehts los ah ja da Passwort musst du probieren Tremi das weiß ich nicht genau ach ihr war nicht da oh das sieht geil aus ok ich muss mich hoch das war nach dem Umfang so gerade noch so danke für diesen Support so wieder da lass zocken ja ach lol hat hat ist ja auch ich geh alles klar ich hasse Marcel was denn ne 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 es ist mir scheißegal ob jeder darf meinetwegen zocken mit ja aber Marcel finde ich nicht in Ordnung weil er hat er war ja ganze Zeit hier auf dem TS vorher schon ja hat nicht mit uns geredet Kilian kommt redet und schon ist er da ja keine Ahnung ich hab mich da raus hallo ich hab extra Urlaub genommen weißt du ja ja guten Tag damit ich jetzt mitzocken kann ok ja gut und jetzt gehts halt nicht ne aber jetzt will ich mit euch denn zocken richtig ich weiß nicht ich weiß nicht auch korrekt wird oder nicht ich bin der neue hallo ja hi oh nein oh nein oh der ist ja tot ne weiß ich nicht doch der ist gestorben er war schwul ja kann sein weiß ich nicht ja sind wir nur zu dritt anscheint ja will keiner mit uns datteln oder weiß ich nicht äh ist die Zitat noch da ist die Zitat noch da ist die Zitat noch da gute Frage ich glaube die Zitat hat keinen Bock mehr auf uns weil wir ihn einfach verraten haben ja wie verraten ja ähm wir wollten doch erst mit ihm zocken ja doch ach so ja so ja warte mal hallo erstmal ich tupse ihn mal an ah ich kann ihn nicht anspritzen warte mal hallo 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 so hallo hab ich mal ang äh angeschrieben nicht angespritzt aber angeschrieben sehst du angesch... ne egal hallo aber ist mein Griech äh äh ja äh ja stimmt ich sollte ready machen oder? ja warte mal ich 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 dachte wir holen uns noch die vierten jetzt ran nein ich hab doch so ein Telefonnummer Mesa ist... ah Luisa moin Mesa ist voll leise bei dir äh ja gut Mesa lauter wo ist Mesa da da ist Mesa hä hä so jetzt ist Mesa lauter Luisa äh hattest du geredet oder? ne Luisa ist äh ist bei mir im stream gerade ach so jaaa die liebe Luisa ja ja soll ich jetzt mal DZ anrufen oder? weiß ich nicht ja mach mal na komm zocken wir ja ruf ihn an waren wir ins Vertritt spielen oder? oder warte mal oder Arnold äh hat Arnold players anhand? ich glaube nicht äh ich glaub der hat nur Spürzen oder so oder oder Bisi? aber Bisi hat doch... ne ich ich äh warte mal warte ja warte mal ich geh mal kurz nach oben und und frag mal rein ja? ja ähm Leute ja oh ja eine Frage und zwar äh hat jemand von euch players unknown und hat Bock mitzumachen? äh was für ein Ding? players unknown battleground ey try me äh hat einer von euch battlegrounds? nein hab ich nicht äh äh backwurst du bist ja hier hi ja hi ja weil wir suchen grad noch einen vierten jetzt bin ich verwirrt weil ich gerade im stream dich noch höre achso ja gar nicht komisch äh hä Timo äh ne unten die Kontrollen okay gut ja schade keine Ahnung wer könnte es denn noch haben? soll ich die öffentliche Stelle gehen und fragen? äh DZH hat es auf jeden Fall aber ich weiß nicht ob er da ist das ist ein Problem ich hab ihn schon angeschrieben aber er hat noch nicht geantwortet oder Dominic äh was ist Dominic? äh keine Ahnung ich will jetzt auch nicht irgendwelche randoms einfach fragen naja eben ähm ja gut auf jeden Fall danke erstmal und ich mach mal weiter tschau 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 Also, spielen wir jetzt nur zu dritt, oder wie? Scheint so, ja. Wollen wir nur zu dritt, oder? Oder, oder einer von den Zuschauern von mir. Wäre auch eine Möglichkeit, oder? Aber dann müssten wir wahrscheinlich nicht auf mein Team-Speak gehen, weil wir können ja nicht gar mehr hochmoven, glaube ich, oder? Mesa kann noch move. Ja? Mesa kannst du move? Ja. Ah, okay, ja gut, dann geht das ja. Also, wenn einer von euch Zuschauer Bock hat, addet mich einfach mal auf Steam. Ich heiße BlackWolfYouTube auf Steam, hab ein blaues Profilbild mit Unicad-Logo, addet mich einfach auf Steam, und dann lade ich euch, also lade ich einen ein, und mit dem spielen wir dann zusammen. Brauchen wir ja eh noch einen vierten Mann. Nackt, genau. Guck mal, ich ziehe mich sogar jetzt aus. Guck mal, warte mal, ich ziehe mich kurz aus. Guck mal hier, guck mal, nackt. Dazzy ist online. Easy. Warte mal, ist er im Team-Speak? Ja, der spielt schon mit mehreren. Ja. Gibt er auch players anderen, oder? Ja, aber mit zwei anderen. Mit welchen anderen? Kev? Oder? Der hat sein... Ich weiß es nicht. Der hat so eine komische Einstellung drin. Ich ziehe den Namen um links, nicht richtig. Ja. Warte mal. Wir reden auch nicht. Liebe. Entschuldigung. Du hast ja im Stream gefragt, ob du reinkannst bei uns, ja? Kannst du? Ja, ich habe jetzt gezaunt ausgemacht, weil das verwirrt, weil du kurz bei uns warst. Hi, jetzt bin ich für euch. Ja, hi. Ich bin der Neue, ich bin jetzt auch jetzt offiziell hier. Hi. Hi, Neuer. Ich bin der Neue, ich bin jetzt auch dabei. Uh. Hui. Habt ihr noch jemanden gefunden? Nee, leider nicht. Ich kann ja gehen, sobald ihr jemanden habt, damit ich nicht einfach blöd reinrede. Nee, alles in Ordnung. Nee, tust du doch schon immer. Alles cool. Also wie gesagt, das Angebot, wenn ihr könnt ihr alle zusammenlegen, wenn ihr mir das Spiel kauft, dann bin ich natürlich dabei. Du musstest ja erstmal runterladen, ne? Ja, easy. Easy, easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, ich muss mein Telefon, äh, mein DSL wieder anmachen. Ja? Wieso? Ich habe Stream ausgemacht, hui. Achso. Ja, ich dachte jetzt so, jetzt wo wir gesagt wollen, setzen welche aus, dann dachte ich so, komm, mach ich jetzt. Und bevor ich jetzt einfach nur so 45 Minuten rumstarre und nichts. Ja, ja, ja klar, so wie ich gerade. Ja, so wie sie gerade. Ich habe gerade einfach mal so 11 zu 11 Zuschauer verloren, weil ich nur nichts mache. Aber ey, ich bin einer von den 9 Zuschauern. Von den 8. Jetzt wieder 10. So, warte mal. Ah, warte mal, muscle.de. Steamer-Frage erhalten. Ich gucke gerade. Warte mal. So. Ich wurde vor zwei Minuten gefragt, ob ein Platz frei ist, okay? Kann ich ja mal, äh, die IP für den DS senden, wenn jemand herkommen möchte. Warte mal, ich kann gar nicht, doch ein Mieser-Stuff. Hat er derzeit sein Bild? Ne. Warte mal, ich gucke gerade mal. Ja, ich habe eine Steam-Anfrage erhalten, tatsächlich. Marcel.de. Dein ziemlich komischen Snapchat-Profilbild. Anfrage habe ich angenommen. Mieser joined your channel. Äh, Moment. Dann mal in die Eingangshalle schauen, wenn da ein Maffel D joint, dann... Richtig, ich muss mich... Ja. Wieso? Herr Müller ist doch da, oder nicht? Ja. Ja. Echt jetzt? Oh, fuck. Hä, warum, warum ist die gefreezed einmal? Na, komm mal. Äh. Hä? Warte mal. Machst du L.D.? Ui. Okay. Wolltest du da denn? Hä? Hä? Wirst du das? Okay, schau mal nicht, deswegen wollte ich halt erst runtergehen und fragen, ob der junge Mann aus dem... Jetzt. Ja, dann geh mal ohne. Okay, warte. Buddy left your channel. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, ich kann leider dir kein Geld geben für Player Unbound. So, ich bin treu dabei. Real Pro Gaming. Äpigy. Nice. Äh, ja, du bist ja. Ja, ist er? Ja. Ah, alles klar. Einen wunderschönen guten Tag. Wahnsinn. Gut, wenn ihr spielt, dann denke ich, werden Chris, Eons und ich uns mal lieber verpieseln. Wieso? Ihr könnt ruhig da bleiben. Ja, aber das ist doch sonst so durcheinander. Das ist ein Reden, ist immer gut. Aber es ist... Warte mal ganz kurz. Äh, es muss die Eingangsteile eigentlich. Weil ein... Ähm, könntet ihr eventuell den Connor hochmoven? Könnt ihr auch jemand, der mitmachen wollte? Nee, das ist ein Kollege von mir. Ah, okay. Äh, ohne Kollege? Ein Kollege, ja. Oh, Kollege. Also Connor ist in der Eingangsteile, der dritte von oben. Ja? Bist du nicht da? Äh, doch, hallo. Ja. Richtig. In der Eingangsteile, der dritte? Connor, ja. Eingangsteile, achso. Ja. Hallo, Connor. Hallo. Ja. Hi. Hallo, erstmal. Du bist jetzt offiziell bei den coolen. So. Äh, stimmt. Den muscle, den muscle muss ich ja noch einladen. Den muscle Davids. Ja, muscle D, tut mir leid. Wie sie einfach beide gleich nicht aussehen. Was ist los mit euch? Für was, für muscle D, oder? Nee, nee, für was ich jetzt mache. Was denn jetzt? Ich habe ein Pidget Spin in der Hand. Ich habe eins hochwertiges, das dreht sich drei Stunden. Cool. Ich werde, glaube ich, nie auf den Trend aufspringen. Ja, ich habe mir die gekauft für einen Euro, also. Das Lustige ist, ja, ich hatte mir einen gekauft, bevor es im Trend war. Ich habe das Ding jetzt schon seit fast dreiviertel Jahr. Okay. Krass, das ist der einzige, wenn ich das so enthalten habe. Also hast du ADS, hahaha. Nein, Spaß. Nee, der Kumpi hatte mal so ein Ding gehabt und ich fand es mega cool und ich wollte auch eins haben. Okay, nice. Äh, ja, macht mal ready, ne, Leute? Also, oben links ist der Button. Da müsst ihr schon draufdrücken, damit wir starten können. Wollte ich nochmal so anmerken. So ein bisschen. So, alter, einer von uns hat es geschafft. Ja, einer hat es geschafft. Und zwar der Marcel Davos. Sorry. Marcel Davos, eins in eins. Wie kann ich ihnen helfen? Ja, Mann. Oh, Mann. Ich bin Marcel Davos. Ich verkaufe ihnen eine super gute Hybridleitung. Ich habe eine Hybridleitung. Ich weiß. Oh mein Gott, ich wusste nicht mal, dass es Mietleitungen gibt. Nein, echt nicht. Ich bin auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ja. Ja. 6K. Was erwartet ihr vom Miet? 400K. 50K. Beste Leitung. 50K LTE, alter. Mann, habt ihr eine gute Leitung. Ja. Ich habe meistens immer einen besseren Ping als Kilian. Ich kann das LTE hauptsächlich vergessen, wenn es regnet oder Vögel vorbeifliegen. Was das Geile ist, ne? Ich war damals so viel Bambus, äh, nicht Bambus pflücken, sondern Baumwolle pflücken, ne? Dass ich mir einfach eine 400K-Leitung leisten kann. Roast yourself. Äh, wo wollen wir denn hin? Ähm, ja, ich würde sagen, da oben rechts. Wo hast du vor? Da. Nee. Oder hier oder hier ist auch schön, da unten links. Hier schön. Nee. Ich, ich jump jetzt raus. Laut rein. Okay, ich spring da rein. Ich spring da rein. Eww, gönn dir. Wollen wir in die Schule, oder was das ist? Nee. Schule ist viel zu, äh, viel zu heiß. Was ist das? Marcel Davies, ich bin stolz auf dich. Alter, wat'n Trendsetter. Boah, Junge, ist deine geile Stimme schon wieder da gewesen? Oder war es das Rauchen? Was? Will ich jetzt rauchen? Ich rauch nicht. Ich rauch doch nicht. Du hast Wurstfinger. So. Ja, ich hab ein Problem. Komm ich aus der Ego-Perspektive raus. Mit, mit V. Okay, mit V. Hä, damit hab ich geschnackt, oder nicht? Was? Hä? 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 Hast du Pustachraub? Ja, nee, na, ja, nein. Hä? So, hast du Mesa. Hast du Drogen genommen, oder was? Nee, ich bin mit mir Drogen. So. Sorry. Da ist irgendwas grad explodiert. Ja, das war ich. Achso. Was, bis 6? Wie werdet ihr als Erster? Mindestens. Ja, wir sind Letzter, genau. Ich bin Erster. Ah, Mesa. Ich bin Erster. Der Erste, der stirbt natürlich, ne? Ich hab mir eine Granate geworfen, wo es Hans verbaut. Ey, das wird so heftig, denn wenn wir einfach in einer Lobby sind, weißt du? Da müssen wir eigentlich ein bisschen im Land auf das Geld kriegen. Ja, stimmt. Jemand hat ja von mir geschrieben, der gibt mir 100 Euro, wenn ich Tanzverbot und eine Granate töte. Das ist echt so. Lass mal machen, Alter. Lass mal Tanzverbot suchen. Nein, ich glaub, die höchste Chance wäre halt nachts, wenn du suchst, da hast du Ewigkeiten, bis du halt Leute reinjoin. Ja, klar, aber ich mein, Tanzverbot ist ja nie im Duo, der ist ja meistens im Squad unterwegs. Ja, klar, aber wenn man ihnen das sagt, zum Beispiel gestern hab ich hier eine Runde mit dem Duo alleine gespielt und wir saßen da 3-4 Minuten, dass halt wirklich vier Leute aus einem Stream nachgejoint sind. Okay, lol, warte mal, lol, boah Junge, zu dem Baumwollwitz hätte ich auch nen bösen. Ja, hau raus. Ich bin, ich bin wirklich, äh, wie heißt das, ich, ich bin freundlich zu Baumwolle. Ich bin offen für alles. Ich bin offen für alles, besonders für Baumwolle. Ich liebe Baumwolle. Baumwolle ist mein Lebenswerk. Ich muss den Schalldämpfer nehmen, aber das funktioniert, ach so. Ja, weil, ja, weil du so schlecht dafür bist, darum geht das nicht. Ja, weiß ich, ich, warum spiel ich das überhaupt? Geht erst ab einem bestimmten Skilllevel, aber das hast du leider noch nicht. Ich bin so ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch, ich bin so ein Arschloch, ich bin so ein Arschloch. Aber ich, aber, was das Gute ist, ich kann damit umgehen. Ja, genau, das, das bin ich, das ist meine, meine Arroganz und meine Ironie. Und mein schwarzer Moor. Das ist wirklich gemeint. Was? Was, was für, was für, was für, was für möglich, Alter. Mörtlich? Mörtlich, ja. Möchtlich krass, Mann. Möre. Bin der krasseste. Imakeyousexy.com, Alter. Ich mach dich krass. So, ich hab, ich bin fertig. Ich könnte jetzt euch alle... Ich bin auch fertig, aber ich bin Weisberg. Ja, ich hab das Schrift, aber den werbe ich nicht. Aber wir sind leider im Team. Oder gibt es auch Punkte? Ja, komm dir jetzt mal her, hier ran, oder was? Mesa, du bist schon wieder am Arsch der Welt. Wenigstens machst du darf, ist es bei mir, weißt du? Weil wenn Mesa am Arsch der Welt ist, wo bin ich? Ja. Ich bin gerade bei M. Weiß ich nicht, wo du bist. Ja, guck doch mal, wo ich bin. Aber lieber nicht. Ach komm, hau raus, Abraham. Ich meine, wer sich schon bei YouTube Abraham nennt, der kann auch ruhig mal einen Baumwollwitz raushauen. Ich verstehe gar nicht, wo du bist. Nee? Nee, nee. Baumwolle kommt doch vom Schaf, ne? Nee, weißt du? Nee, wir laufen, wir laufen, wir laufen zu einer Hausergruppe. Warum sollen wir stehen bleiben? Was ist los mit dir? Ja, ich bin nicht mehr der Jungs, ey. Ja, du, das ist nicht mein Problem, oder? Wie alt bist du denn, Mesa, hä? Wie alt bist du denn? Genau. Mesa, wie gesagt, das Angebot mit Freitag der 13. steht noch. Ja, kaufst du mir, oder? Also, ich hol's dir gerne. Das kann man auch zu acht spielen, ne? Ja. Ey, sieben überleben. Doch. Sieben überleben oder sechs? Oder acht. Ey, einer ist ja Killer. Ach ja, wir zocken hier mit mehreren Leuten, ne? Mit 77 Leuten. Ach nee, minus uns. Richtig. Genau. Du bist ein Blitzmerker, ich, dafür, dafür mag ich dich wirklich, dass du so ein schneller Merker bist. Das ist toll. Also ohne... Ich bin doch, ähm, Riemen oder so. Was? Ich feier die Lache. Diese Lache ist einfach doch krank, ey. Ja, die kann man auch nur auslachen, tut mir leid. Ach, scheiße, ihr. Ey, nee, ich will jetzt nicht mal, dass das so, 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 so. Soll nichts böse klingen, wenn du das so. Aber das ist so ein Wasserkocherlacher. Das ist echt so. Ein richtiger Wasserkocher ist das, ey. Guck ihn doch euch an. Das war meine Mutter. Was? Deine Mutter ist der Wasserkocher? Ja. Oh mein Gott, ey. Aber sie ist heiß. Das ist natürlich... Na gut, das ist natürlich ein Argument. Also... Sie ist heiß, wenn sie angebracht wird. Lass uns mal einen heißen Kaffee trinken, ja. Wie sieht's aus. Frisch gebrüht ist halb gewonnen, ne? Frisch gebrüht ist halb gewonnen, sag ich nur. Okay, warte, ist leider kein Bombo-Witz. Egal, fuck auf. Pass auf. Was ist ein schwarz... Äh, was ist an einem schwarz-weiß seine Zähne? Was ist an seinem schwarzen Weiß seine Zähne und seine Augen und seinen Besitzer? In San Bande. Ja gut. Das Lustige ist... Ja, das Ding ist, ich... Das Ding ist, der ist alt. Das... Deswegen... Weiß ich nicht. Der ist so alt, dass der veraltete ist. Der ist so alt... Der ist so alt... Wie mein... Wie mein... Nee. Der ist so alt... Nein, der ist so alt wie mein Fußnagel, Alter. Nee, ich fand das ganz schön lustig. Der ist so alt wie Meser. Das Ding fand ich wieder lustig. Meser, ich liebe dich. Ja, Meser ist ja auch ein altes... Altes Ding, ne? Ja. Hallo? Oh, Militärweste. Was geht ab, Alter? Ja. Habt ihr auch Command & Conquer? Ja. Welches? Generele und Tiberian Wars. Oh ja, nur Generele, ey. Nicht alt... Nee, Tiberian Wars. Never. Natürlich, Scudgestorm und so. Easy. Ist so... Scudgestorm ist da. Scudgestorm, ey. Das ist doch von Generele, so. Ja, richtig. Ich hab leider nur... Äh, zwei. Und drei. Und neun? Ist nicht gut. Äh, was? Ich find auch... Alarmstufe Rot 3 richtig gut. Ja? Alarmstufe Rot 2 nur in besserer Grafik. Könntest du? Ja, oder Herr der Ringe. Herr der Ringe. Ja, mein, Herr der Ringe, ey. Ja, das war cool. Oder Mordor. Hier, das neue Herr der Ringe Spiel. Das muss ich unbedingt holen. Wer geht's? Was rauskommt? Ja. Oktober, ne? Oh, scheiße. Sorry. War keine Absicht. Ich hab ne Granate. Ja, ich weiß, aber lass mal bitte. Scheiße! Fuck, ich muss die wegwerfen. Na? Glaube ich, jetzt wissen die, dass wir hier sind. Richtig, weil du nicht hier bist, ey. Wisse. Oh, das wär so geil, ne? Ey, ganz ehrlich, ne? Weil... Schade. Ja, warum nicht? Ne, ne, wir sind in keiner Lobby. Ich hab gerade im Livestream geguckt. Was machen die denn die ganze Zeit, Mensch? Die sind halt in diesen... Radebildschirm. In der Lobby, wo alle zusammen sind. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, Lobby, Lobby. Ja, ja, Wartezimmer. Hauptmenü. Im Wartezimmer. Bitte zielen Sie eine Zahl. Wir werden gleich aufgerufen. Ja, ist das so. Ich bin Marcel Davies, ihr Betreuer. Sorry, dass... Ja, aber... Jetzt realisiere ich erst, dass wir gerade zocken. Ach, wir zocken? Ja, ich dachte, wir sind doch in dieser Wartelobby. Nein, bist du doof? Nein, ich bin... Berechtigte Frage, oder? Bist du doof? Ich bin schlau. Nee, irgendwie nicht. Ja, warum gehen alle jetzt aus dem Tiny raus? Ich komme gleich wieder, keine Angst. Ich bin nur schüchtern. Ich bin auch schüchtern, deswegen bin ich rausgegangen. Ja, okay. So warst du dich im Livestream, das reicht mir aus. Oh ja, gut, das ist gut. Das Spiel ist auch schon geil, ne? Das ist echt so. Weißt du, ich... Sonst mochte ich nicht mehr so Shooter-Spiel, aber das hier... Nein! Noch runtergefallen. Noch runtergefallen. Noch runtergefallen. Oh, ich dachte, schau. Hat jemand AK-Money für mich? Ich habe nur 30 Schuss. Ich habe AK. Money. Ich behalte dich aber. Ich tue es sich einfach, fertig ist. Ich glaube nicht, Tremi. Tremi? Tremi? Hör mal. Du bist mich jetzt auf... Nein, äh. Ich war kurz... Glaub ich mich Tommy nennen? Nein. Schade. Ja gut, dann bleibe ich wohl bei meiner UMP, leider. Geht nicht anders. Kann ich dich Jan nennen? Nein, ich heiße nicht Jan. Ich möchte nicht Jan nennen. Dann muss ich bei einer normalen UMP bleiben. Das heißt lang Johannes genannt, das können auch immer. Weil für die UMP habe ich 250 Schuss. Gut, den heißt jetzt Johannes. Ich heiße nicht Johannes. Ey, Johannes. Johannes? Johannes? Ey, Jeremy Jochen. Wie heißt du denn? Äh, ich weiß nicht. Johannes, du geile Sau. Okay, er ist Johannes. Geboren, um Johannes zu leben. Du Luder. Hugas kann ich dich nicht nennen. Warum nicht? Hugas heißt mein Bruder, doch komisch. Ich bleib bei Johannes. Okay, dann kannst du mich auch Jackie nennen. Ähm. Oh, hi Jackie. Herr Rudolf? Nein. Und das war Star Wars Strategie. Das Spiel war auch voll nice. Nice. Äh. Hab leider den Namen vergessen. Äh. Star Wars Battleground vielleicht? Ja. Was? Das 3D? Oder wie Age of Empires? Ja, das habe ich übrigens auch. Ich habe übrigens Age of Empires 3, die HD Edition. Ja, ich auch. Nice. Warte. Ist das gerade jemand aufgefallen, dass du gesagt hast? Star Wars Battleground. Nein. Star Wars Battleground. Battleground. Yeah. Battleground. 345. Nord. Ganz kurz waren die, die gerade zocken. Bekommt man da keinen Fallschirm? Doch. Ne. Keine Ahnung, du spürst ja nicht mit. Doch, da kommt man. Aber. Weil Karem über hier runterspringt und nicht mehr über den Fallschirm bekommen. BOOM! Ich weiß. Ich weiß, was ich ihnen hätte gegeben habt. Teilweise auch. Ja, aber wo ist jetzt, äh. Das Fahrzeug. Das kann ich dir nicht sagen. Ist das ein Schaf? Hey Leute, ich bin auch mal da. Ja. Ich möchte auch was werfen. Ja, es bin ich. Ja, es bin ich. Ja, es bin ich. Ja, es bin ich. Achtung, Granate. Äh. Kriegst du mal eine richtige Granate, Leute? Meser, nicht da hinrennen. Oh. 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 Wie ist das denn? Wie ist das denn eine Granate? Aber nein, er will ja nicht hören, ne? Er will ja lieber auf die Fresse kriegen hier. Komm mal Meser. Oh. Ich glaube da. Hä? Ich glaube da läuft jemand. Ach was? Wirklich? Äh. 30. NW. Komm, scheiß drauf. Ich renne jetzt rein. Scheiß drauf. Nee, ich glaube das war... Alakbar! Alakbar! Ich glaube an den. Lass ihn ruhig laufen. Lass ihn ruhig laufen. Ah, hab ihn wieder. Empire at War. Achso. Okay. Empire at War war echt nice. Hab ich gern gezockt. Kenn ich jetzt aber nicht so. Oh fuck. Achso, ihr seid das, ne? Hör auf jetzt! Sie waren direkt neben uns. Sie waren direkt neben uns. Okay, Leute, ich bin tot! Wie im Tier geraten? Ja. Ja, ich bin hier gut. Ja, soll ich das mal gut? Ich hab ihn. Hör auf. Nein, Woffensanitäter. Fuck, 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 fuck. Ja, da hast ja einen guten Moment ausgesucht. Hm? Was meintest du? Funktioniert mir die Betagons jetzt oder nicht? Ja, das geht. Okay. Ja, Mann. Lange her. Ja, weiß. Ja, also, das, das Coole ist, Kilian hat mir das geschenkt, damit wir es zocken. Hallo, ach, Eri ist wieder am Start. Ja. 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 Wer denn? Wer denn? Echt nicht traurig. Naja, Mann. Ich fiele mit euch. Ja? Hi. Ich dachte, ich bin dafür immer fällt. Mesa? Ja, dachte ich auch. Wieso bist du, wieso bist, wieso bist du low? Ich, ich verblute hier. Ich liege hier. Ich geh zu Tremi, dass er mich heilen kann. Warte, was, Johannes? Lass ihn euch verbluten. Boah, du Schwein. Hatt ihr auch vor. Warte mal, ich, ich helfe nach. Was? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es war keine Absicht. Es war keine Absicht. Ja, ja, ja. Erstmal, erstmal hier. Erstmal das für sie runternehmen. Erstmal die AKM nehmen. Warte mal, ich muss erstmal die Munition nehmen von dem Lieben. Es war keine Absicht, wirklich. Hi. Hallo. Mesa, glaubst du mir, wenn ich sage, dass es keine Absicht war? Hi. Mesa? Ja? Ja, ich traue gerade. Philipp! Ich gucke jetzt, du kannst deinen Stream nochmal an, damit ich sieg. Das war Absicht! Na, es war kein... Okay. Du hast deinen Stream nochmal angeschaut, du. Okay, vielleicht war das nicht ganz... Ähm, Mesa, schau mir mal zu, ja? Mesa? Ich lag hier die ganze Zeit. Ich lag hier die ganze Zeit, hab den da hier vorne am Baum weggeholt. Ja. Hab ihn dann hier getötet und den anderen hab ich da weggesnackt. Cool. Aber, aber, weißt du, was die Hauptsache ist? Wir leben noch, ne? Trämi, also. Wie bist du eigentlich an Tanzverbot geraten? Äh... Ja, ne, im Prinzip war das so. Ich hatte einen Geburtstag Stream gemacht. Äh... Äh... Und dann war Death Toys da, dann ist Tanzverbot dazugekommen. Ja, dann hat sich das so... Dann war... Und dann war ich hier. Oh, guck mal, ich krieg dir richtig in den Arsch rein, oder? Guck mal. Oh, guck mal. Oh, ja. Warte mal, warte mal. Ey, bleib mal stehen! Ich will in den Arsch rein! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Da hab ich jetzt noch eine lustigere Story. Welche? Da hab ich ja jeden Tag auf der AFK-Challengewesen. Äh... Okay. Zwei Tage aktiv und dann war ich hier. Äh... Äh... Ja, ich bin... Dafür hast du wirklich einen grünen Haken verdient. Das ist echt so, also... Nach... Nach... Nach zwei Tagen? Ja, ey, magic! Ja. Aber... Aber... Aber Mesa... Ja, von dir will ich nicht. Also, ich... Ich wollte mir eigentlich... Ne, eigentlich wollte ich mich nur bedanken für deinen AKM und deine Munition. Dankeschön. Soll ich abdrücken, Mesa? Nein, wir... Zum Schluss. Nein, ich... Willst du noch mehr Leute zu uns locken? Äh... Hatt' ich vor, ja? Ja, und danach will er dich umringen. Richtig. Ja, dann... Steh doch nicht, dann leg dich doch wenigstens hin. War kurz im anderen Channel. User left your channel. Jo. Ach... Mesa Davids ist auch tot. Ja! Der ist vor dir gestorben! Ich bin auch umgebracht. Nein... Nein... Nein, der war vorher tot. Hm. Du hast ihn umgebracht. Ja. Weil du versagt hast, uns zu beschützen. Mach immer schon. Was? Schwein. Eins. Ist das Schweigen? Hä? Ich hab Schwein gesagt, aber egal. Ist das Schwein? Ja, gut. Schwein ist lecker. Ich liebe Döhner mit Schwein. Sehr gut. Magst du nicht auch Döhner mit Schwein? Immer. Am liebsten auch mit Pferd. Ja, Mann. Nee. Nee, nee. Wenn ich das meine Freundin schlage, äh... Wenn ich das meine Freundin sage, dann krieg ich Schläge. Wenn ich das meine Freundin schlage, dann krieg ich Schläge. Boah. Dann... Dann krieg ich die Schläge. Dann steht sie gar nicht mehr auf. Hörst du aber auf? Wie viele Kranaten hast du denn eigentlich? Keine Ahnung, ein paar. Guck mal, da wird geschossen. Da wird schon sein Vertrausen. Ich... Ich bin der Granatenmensch. Ich hab mir aus Baumwolle ganz viele Granaten gemacht. Du bist... Du bist ein Teamkiller bist du. Nein, das war eigentlich keine Absicht. Das war... Das war Kopfschuss, war das? Das war wirklich ein Kopfschuss? Ja, aber durch den Baum durch irgendwie. Ich dachte nicht... Ja, ich dachte nicht, dass ich dich treffe. Okay, vielleicht ein bisschen, aber... Du Arsch! Ja, es tut mir leid. Es wird nicht mehr vorkommen, ja? Weißt du was? Ich kann doch nicht mal wechseln. Ich muss dich anschauen. Ja doch, kannst du. Im Stream fragt jemand, wie du an Transverbot geraten bist. Jedenfalls. Hab ich doch schon beantwortet. Achso, hab ich nicht gehört. Entschuldigung. Einmal mit Profis, Luisa, ne? Äh... Ich hab euch nichts dazu gemacht. Oh, geil. Muss ich doch nicht ganz recht entschuldigen. Ja, das war... War auch nur ein Joke, ey. Ich bin voller Freundlicher eigentlich. Ja, Alter. Ja, gut. Ja, du bist Meser. Das ist halt eine andere Sache. Ja, aber das ist... Alle bringen mich um. Ja, weißt du warum? Ich hab noch nichts gemacht. Weißt du warum? Weil du Deutsch bist. Das musst du dich wohl erinnern. Ja, wie... Weil Deutsch bist. Nein, Spaß. Boah, darauf trinke ich erstmal Set Racist Darauf erstmal ein 7-6er-Bier rausholen Ich hab extra ein Kassenbier geholt für mich Ja Ja, 7-6er-1 Dass ich heute die Nacht durchmachen kann Ich nicht, aber ich werde wieder ein bisschen lange durchmachen Aber ich werde den nicht komplett durchmachen Ja, verstehe ich Erstmal Respekt, dass du überhaupt arbeitest Ja Dann auch noch so, wenn ich schlafe Ja, Black Wolf, ich mag dich gerne Wer hat das jetzt gesagt? Mesa? Ja, er sagt Mesa Oh mein Gott Er mag mich Okay, er mag mich Aber Mesa, was das geilste war, ne? Als ich auf den Tiefstück gekommen bin Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat Pass auf, Mesa ist ein Nazi Wurde mir gesagt das erste Mal Ich weiß es nicht mehr genau Irgendjemand meinte irgendwie, Mesa ist ein Nazi und unterband alle, die Migrationshintergrund haben Hallo Hallo Also, hallo, nein Nicht alle Das waren schon welche, ja, aber das waren welche mit arabischen Namen und haben nur die ganzen Weiber hier verscheucht Dann muss man die natürlich entfernen Siehst du? Ich ziehe sie alle an, ne? Nee, du nicht Hä, wieso? Wenn du hier bist, sind hier nur Weiße Ja, das ist ja nichts Neues, ne? Oh Gott, hier wird geschossen Warst du, dass er geschossen hat? Ja Okay Lock sie jetzt alle hier her Ach was, weil er Mongo ist Ja, wie du Hä, hast du wieder Ach nee Ich dachte, du hättest eine Granate oder so gefunden Ja, hab ich Nein, Spaß hab ich nicht Wenn ich dich sehe, erschieße ich dich Wenn ich dich sehe, rauche ich erstmal schön Arschhaare Hast du geschossen? Nein, ich schieße nach mich zurück Aber ich wird geschossen Sniper Oh, jetzt werden die beschossen Von Schalldämpfer Rechts von mir ist auf jeden Fall so ungefähr 165 Grad ist irgendwie ein Sniper auf jeden Fall Sicher, dass ich nicht Achtung, Auto Auto, 105 Grad Siehst du es? Nee, ich bin auf Ich hab eine Ruine bei mir Ja, Achtung, links ist das Auto Es kommt zu uns Ja, fahr zu den anderen Spielern Ja Sind angehalten Oh, da kommen die Schüsse zurück Erstmal schön, dass das Auto die Reifens erschossen Ach, das geht? Ja Ja Fuck Fuck, er weiß, wo ich bin Erstmal direkt verpisst Ja, bei Norden ist Hinterm Baum ist einer Auf der Insel da meinst du? Nee, meinst du zu mir? Das Ding war, ich wollte kurz Ich wollte kurz Die Zone kommt Ich weiß, wie wir streben waren Warte rüber, Tami Ja Tami, das Schäfchen Nee, relativ safe, ne? Ja Ja Wir werden auch hier, glaub ich, irgendwie Ich glaub Ich glaub, dass hier wird das Gebiet sein, wo der Endkampf stattfinden wird Ja, ich hab ihn getroffen Ich hab ihn schon getroffen Ich bin ja relativ deaf, ne? Ja Die sehen mal wieder, nur mich Pass auf Blackwolf, zieh dich auf Vierer Team Wo? Äh, 150, 165 Wo genau? In den Ruinen oder auch? Ruinen Wahrscheinlich nicht in meinem Blickwinkel Nee Ich versuch, ich versuch, ich versuch, sie nur aufzuhalten In der Zone Die müssen hier herkommen Die müssen aus den Ruinen rauskommen Oh fuck, 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 ich hab ein Headshot bekommen Hey, komm, ihr könnt ja alle einfach an Das ist doch, das ist doch was, Alter Brune kommt Alles toll, okay Du musst ja noch ein bisschen Oh fuck, die Zone Das ist Karma Hat die Klappe Das hast du verdient Das ist ja plötzlich nicht mehr so stark, ne? Ich bin so was denn tot, hier, ich bin tot Ey, beleib ihn mal wieder, beleib ihn mal wieder, beleib ihn mal wieder Komm, 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 komm Ich kann nicht, ich bin, ich bin, ich hab ja auch gerade auf meinem Ja, komm mal her Oh, lol Das dauert nur sieben Sekunden, dann ist alles gut Ich hab, ich kann mich komplett auf 100 teilen Na gut, das war's Guten Tag Hallo Guten Tag Wunderschönen guten Tag, wer ist denn da? Pascal Wie lange streamst du? 420, Kaleck Scheißzone Oh, danke Wenn wir jetzt uns pushen, sind wir tot Ja, ich brauch acht Sekunden noch Dann bin ich wieder auf 100 Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab eine Sanitätertasche Okay Ihr habt noch 30 Sekunden Ja, so hab's Ja, ja Wir müssen hier an der Küste direkt langlaufen Weil, wenn Ruinen sind, immer noch Äh, wir müssen los Weil die Zone ist verdammt fucking schnell Sogar, ich komm hier nicht raus, oder was? Komm raus, komm raus hier, Ramos Ich komm hier nicht raus, Alter Man kann hier nicht mehr raussteigen Ja, du kannst machen, was du willst, aber er wird nicht helfen Moment Ja, zwei Sekunden Eine Sekunde Er heilt sich jetzt Hast du ein Energy für mich? Nein, ich hab gar nichts mehr Ich hab noch einen Eskliffe-Koffer, den ich dir geben kann Äh, Koffer, wie viel hast du denn? Zwei Äh, warte, ich hab, ich hab So, wieder da Komm zurück Danke Ich hab gerade mit einer Uzi einen Spieler gesnipet Ohne Visier Ja, ich, ich snipe ja auch Gegner, einfach alle einmal an Mehr nicht Also ich hab den einen fast getötet Oh, was? Aber dann ist er weggelaufen Also hätten wir jetzt noch Mesa hier, ne? Ja, 20 Tausendmal Hätten, aber er musste ja sterben Ist Luisa eigentlich Ich, äh, mute mich nochmal kurz Das ist so ne, Alter, fette Leute noch 12, 9 Letztens bei einem Streamer eine Menge Diskussion in Gang gebracht Nice, welches Thema? Echt Alter, ich hab echt eine gute Position Wir müssen jetzt gleich hier Richtung 5, so in dem Bereich sein Wir müssen jetzt gleich hier Richtung 5, so in dem Bereich sein Was, wo sind die gerade? Ja, wahrscheinlich hier im Haus Ja Wer? Mhm Oben oder unten? Im Wasser, einer Vom Fenster Beide da, beide Oh fuck Fuck, er holt mich Er holt mich, er holt mich User join the channel Hab schon, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunden, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich hab ihn wieder verschwollt Links Siehst du ihn? Digga, wer war das überhaupt? Geil, regnet das? Tempel 1 Nice, nice Nice Gute Arbeit, Tremi Wo ist Mesa hin? Oh Gott Wo ist Mesa hin? Der ist da unten Ja, aber 70% war der Meinung, dass das nicht stimmt Ziemlich eskaliert Ich kann ihn nicht anstopsen Einfach anschreiben Wo ist er denn? Äh, im Livestream Channel Error Ich kann da nicht rein joinen Ja Ist auch klar, dass wir nicht rein joinen können Können wir uns nicht einfach alle rein musen Nee So, bin wieder da Ach schön Mesa, wir haben gewonnen Mesa, wir haben gewonnen Ja Ich hab die letzten drei Solo gekillt Nein, glaub ich Ja Dann hätte ich jetzt 1.003 Oh yeah Ich würd dir ein Foto schicken, aber Aber ich hab deine Handynummer nicht 15er Platz Ja So, eiskalt neue Kleidung kaufen Ja, Mann Hallo Hi So Hä, ich kann's nicht öffnen Hä, was kannst du? Fehlgeschlagen Ich bin sche... oh, geht doch Ja, du scheiße Es muss aber scheiße, ist einfach so Ich komm sofort wieder, ich geh kurz aufs Klo Ja, denkst du mir was mit? Ich muss nämlich auch Maskulant Was? Nein Maskulant Ist Luisa eine noch da? Ja Oh, die ist noch da, hi Na, wie geht's dir? Hey Mesa Du warst halt so still Hi, Lars, wenn ich gerade was gemein schlafen Mir geht's gut Mesa Mesa Wanny ist ja auch da Mesa Mesa Also Wanny ist auf jeden Fall Tiny Wieso hat er eigentlich ein Passwort Ich glaub was für Post Ähm, das liegt daran Ich weiß es Loll Keine Ahnung, ich kann's auch nicht umändern Ja, das ist gut 1&1, weißer Riese Waschmaschinen leben länger mit Kalkunen Schade, ist niemandem aufgefallen 420 Credits bekommen Stimmt Ey, ey Mesa, wir haben 420 Credits bekommen Ja, schön Für nen Teamkiller Ja Jaaaa Es tut mir leid, das war Wirklich keine Absicht Na, wir waren das gerade musikalisch Hat man Hat man doch bestimmt im Stream gesehen, dass es keine Absicht war Eigentlich, mehr oder weniger Wer da? Wer denn? Darf es da? Ich bin da, ja Ich bin der Carry da Warst du kacken? Lukas Nein, war ich nicht Ey, darf ich jetzt auch nochmal pissen? Okay Ja, geh Ja, geh doch Die pissen, du Sack Das ist gute Laune Gute Laune Gute Laune Du musst immer gute Laune haben Eben Der gönnt sich, der hat einfach keinen Namen Bringt er weg raus Wer? Äh Ja 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 Ich will ja Was geht da draussen ab Ich habe voll Angst, dass es sich Für das Gerde Gewitter hier Bei dir auch, in Saarbrücken? Who in Saarland? Bremen Arme Nacke Osnabrück Alles klar Jonas Sehst du du morgen wieder? Ja, morgen streamen wir wieder Aber Samstag nicht Weil der Samstag bin ich in Hamburg Sonntag Das ist ein Cllient, ne? Hm? Ich bin wieder da, ich habe Hände gewaschen mit Pipi. Oh geil. Noch der da. Ganz unten. Ey Mieser, hast du an mich gedacht, da zu kacken warst? Der ist disconnected. Ach, ich wollte kacken, ne? Hab ich vergessen. Erkennt ihr das, wenn ihr so richtig hart kacken müsst? Erschoss. Intensiver Abzug, ja. Ich komme immer nass nach Hause. Nein, doch nicht. Warte, ne, das war nicht das, was er gesucht hat. Ah, Hamburg, ja. Ja, das wird durch Stress die VG20 gepflegt. Ey, warte zu, wenn irgendjemand in seinem Mikrofon schreit, ja, dann ist sie wieder wach. Dann werde ich schlafen. Hallo. Hallo. Luisa. Luisa, spüren Sie mein Cock in den... Ach, ne, was anders. Ich hab keine Ahnung. Ey, Luisa, mein Peter, so groß wie die Titanic. Ach, das ist... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich mach nur mein Fenster zu, hier kommt voll viel Wasser rein. Na ja, gut. Ist doch gut, oder nicht? Ja, ich hab ne Mütze gekriegt, ne? Sieht ihr schon, ne? Ja, es ist wunderschön. Baseballmütze. Geil. Masha'allah. Masha'allah, Bruder. Ich hab da was für euch, warte mal. Was denn? Warte, hörst du dich? Nein, ich hab das an Bord. Ich hab das an Bord. Masha'allah, dieser Bruder Sixpack Ilda. Gleitze. Gleitze. Ja. Gleitze. 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 Ich hab da mal deinen Namen vorgesen. Ich hab grad auf Steam gesehen. Ui, er hat zu viel gesperrt. Sperm, Sperm. Und heute war ne Menge. Mega-Dämon. Nicht nur friedlich. Ja, glaub ich. Du. Abrahams. Ich kenn mich da aus. Raffst du das Game so ein bisschen? Voll geil, das Game. Ich liebe das Game. Lass mal zocken. Ich raff zu sehen wie Null. Ja, okay. Bin dabei. TTT, oder was? Oder Plopp Hunt? Hör mal, was zockt ihr? Ja, hast du? Ja, ein Kumpel von mir auch. Ah, nice. Ja, geil. Was habt ihr am Spielen? Garry Smott? Garry Smott. Ach, das Spiel? Ja. Ja, das Spiel. Okay. Ich hab das Spiel. Conor hat das Spiel. Ja. 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 Äh, Luisa. Wie heißt du? Wie heißt du bei Steam? Äh, L-U-I-T-Fet-S-A. Moment. Moment. Hast du grad nur deinen Namen buchstrabiert? Ey, mein Satz nicht entdeckt. Ja, weil wenn ich Nulloid verwage, dann schreiben sie die meisten Kunde erst. Oh, hallo. Oh, ich hab entdeckt. Bitte? Ich hab dich umstandelt. Sag mal, Conor, ich hab dich grad aktuell schon nicht verstanden. Ey, Karib, ich hab dir meinen Namen geschickt, das ist mein Link. Ich hab gestern auch bis 6 Uhr gemacht und meine Mutter hat mich aus dem Bett geschmissen um 6 Uhr. Ja, läuft. Oh Mann. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Necrophil. Necrophil, genau, du sprichst richtig aus. Manche sagen Necrophil. Ist ja ein bisschen krass. Ja, bist du ja auch. Eon hat mich geadet. Ich bin mit GF anfängst an Phil. So, warte mal. Don't you know girl. Ein richtiger Walking Dead-Fan, oder was? Ja, leider. Ja, ich schon. Leider. Er sagt leider. Ist doch voll geil, Alter. Ja klar. Geil. Mashallah, beste Serie. Mashallah, Bruder. Nein, Alter, absolut nicht. Oh Gott, Eons. Absolut doch. Absolut nicht? Ganz ehrlich? Nein, tut mir leid, tut mir leid. Die beste Serie, Breaking Bad. Ja. Ja, auf jeden Fall. Doch. Digga, das ist die heftigste Serie. Beste Serie, wenn du die Serie erwähnt hast. Meine Eltern gucken gerade du dann. Ja, nice. Ich werde immer noch nicht durch. Ich schon. Hab ich durchgesuchtet. Auf Netflix. Meine Eltern auf Sky. Oder auf Netflix auch. Nice. Mit so vielen Bock. Ja. Äh, hab ich ewig nicht mehr gezockt. Ja, Erik. Kannst auch gern mitmachen bei Garry's Mod, ne? Also beim nächsten Mal. Also ich würd sagen, ey, wollen wir nicht morgen dann einfach Garry's Mod spielen? Ich... Keine Ahnung. Ich hab's auf jeden Fall gestartet. Ich wär dabei. Achso. Also heute wollte ich nicht. Oder Premium ist mal ein bisschen bei dir. Passt mir doch hinterher, John. Ja. Äh... Aber jetzt wollen wir doch noch Dings spielen, oder nicht? Ich hab da irgendwie ein... Nicht mal eine Stunde, weil ich hab mir das bei der Summer Sale gekauft. Und... Ja, keine Ahnung. Ich kann ja mit Philipp erst mal nach oben gehen und ihm ein bisschen das erklären. Ja, mach mal. Ja. Kannst du mich da mitmoven? Dann mach ich mit. Äh... Ich kann dich nicht mitmoven, aber es ist auch niemand da, der dich moven kann. Warte mal, Chris. Ja, was denn? Wolltest du auch mitmachen, oder nicht? Ja. Ja, ich würde mitmachen. Also ich mein, bei Playlist Anon, ne? Ja. Okay. Okay. Philipp, komm mal mit. Äh... Kremi, du machst auch noch mit, ne? Hä, was? Playlist Anon machst du auch noch mit, ne? Joa. Machst du auch noch? In welchem Chat? In welchem Chat hat sie jetzt gesagt. Okay, gut. Machen wir halt ohne Mesa. Ist halt so. Ja, wir sind ohne Mesa. Ohne. Aber ohne Kanapenterror, bitte. Mit, mit, mit Mesa. Wir sind eins, zwei, drei und vier. Also mit Marcel sind wir vier. Ach so. Weil ja, äh, äh, Chris jetzt auch noch dabei ist. Also äh, Scuddom. Ja. Der war ja kurz weg, er hat was mit seinem Vermieter. Getrunken. Ja. Spielchen. Obwohl, äh, ich setz doch ne Runde aus. Dann mach ich mir doch jetzt noch was zu essen. Okay, gut. Dann sag ich Mesa Bescheid. Ich brauch noch 19 Punkte, dann kann ich mir so ne Kleidungskiste kaufen. Oh, ist Luisa noch hier drin? Na ne. Alright. Was? Ich, äh, ja. Ich fahr jetzt, äh, Samstag nach Bergerdorf. Oh, wow, wow, wow. Also, beziehungsweise, ich fahr Samstag. Ja, also, ich fahr Samstag fahr ich mit nem Flixbus von Bremen nach Hamburg, äh, zum Hauptbahnhof. Ähm, und, äh, das kostet mich dann, ja, das kostet mich dann nur 5 Euro. Ich, äh, wo ist das? Wir haben noch hier alles gesperrt jetzt. Richtig. Ja, Ausnahmezustand. Ja. Ausnahmezustand, zum Geist, oder was? Na klar. Geil. Alles ist voll hier. Was, wir wissen jetzt gerade, ist das weg. Warte mal, ich bin da, Chris ist da, Marcel ist da, Fid, nur noch... Mesa eigentlich. Ja. Ja. Was? Ist jetzt hier drin? Boah, ist ein mieser. Er ist unten. Wo, bei den Streamern? Ja. Soll ich ihn mal ein Whatsappern schreiben? Ja, schreib ihn mal bitte an. Alles klar. Ich muss auch nicht ein Netz schreiben, es sei einfach gemein. Da kommt ein Show. Schon gestern von Altona bis nach St. Pauli sind zwei Stunden gedroht. Okay. Dann scheiß da. Alles gesperrt hier. Versteckt sich Mesa gerade vor euch? Ja, irgendwie ja. Wer macht immer diese Geräusche? Also ich, sagen wir es so, ich wäre noch, also für ein Match war ich noch dabei, danach gehe ich offline und gepennen. Alles klar. Ein Match in Battlegrounds? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Ich blute, Mist. Oh Gott. Ich poste jetzt einfach mal meine Steam-Gruppe in den Chat. Sehr gut, ich bin nur noch mal oben. Also, äh, Connor. Ähm. Komm nicht hoch, unten. Äh, wir könnten auch einfach in Public 2 gehen. Komm ich da rein? Warte mal. Ja, warte mal ganz kurz. Hallo Mathekönig, alles klar bei dir? Äh, warte mal, Kurt ist auch noch da. Warte mal, morgen. Äh, warte mal, ich muss einfach kurz wieder schreiben hier, warte mal, ich will listen. Äh, warte mal, niemals Breaking Bad. Äh, kannst sagen, einer der wüssten. Äh, wehe, du spielst jetzt hier ohne mich. Äh, ja, nicht jetzt. Hallo, Kurt. Wir spielen morgen. Äh, huhu. Aber nicht die beste. Ey, Blacky, wenn du, wenn ich schreibe, liest du das gefälligst. XT. Blue WiFi. Na? Okay. Und was mit Mesa jetzt? Äh, ich hab ihn angefrieben. Ich werd ihn jetzt einfach anstupsen. Okay. Ich hab ihn jetzt einfach anstupsen. Ich hab ihn jetzt schon wieder gemacht. Ich hab ihn jetzt mal gemacht, ich hab ihn jetzt auf dem Fensterensturm. Und was mit Mesa im Fensterensturm. Und was mit Mesa dann zufangen ist? Wie, wenn im Fensterensturm und mit Mesa kratzen? Und was mit Mesa beneistet, was mit dem Fensterensturm, ist in Ordnung? Ach Scheiße, bin ich bescheuert. Wieso? Den Falschen angestupst. Wen hast du angestupst? Marcel. Ja. Na gut. Ist egal, ich ruf miese an. Was? Was ist egal, ich ruf miese an. 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 Vielen Dank. Ich habe einen, der mitmacht. So, alles soweit. Selbst ja, bei mir ist auch alles soweit, kurz gut. Hey Vertox, vielleicht installiere ich mir auch mal wieder mal schauen. Hey, Road to 1k, richtig, Digga, was ist immer noch online? Ja, letztes Game jetzt. Warte mal. Kannst du irgendwie jemanden anschreiben, der moven kann? Ja, Moment. Das Problem ist, da ist so ein Typ, der heißt Legend Kampfcakes. Der kommt ja die ganze Zeit mit anderen Identitäten drauf und switcht durch die Channel. Und wenn ich dann hier jemanden anstupsen will, dann stupse ich wen anders an. So. Okay. Warte, ich schreibe mal an. Wie heißt denn der? Äh, LJ. Also L, äh, Y, A. Ich glaube irgendwie sowas. Aber LJ, ja. LJ heißt auf jeden Fall im Teamspeak. So mal. Okay, mal gucken. Oder was? L, J, A, Y? Ja, L, J, A, Y. Ja, L, J, A, Y, genau. LJ. So, Digga. Ach ja, es wurde aja gesagt, dass das Game bis Winter fertig sein soll. Bin mal gespannt, ob OBS fertig wird oder nicht. Ob es fertig wird oder nicht. Mein Szenen, äh, Iria, ja moin. Lalalalalala. Ich hab mal eben Wanny geschrieben. Ah, perfekt. Ah, sehr schön. Hallo. So. Erstmal Stream-Muten. Ja. Und ein Invite bitte, Karim, oder? Du kriegst keinen Invite. Du kriegst höchstens einen Bann. Kein Spaß. Nein. Warte mal, wer ist noch hier im Team drinne? Warte mal. Was heißt, du bist hier noch drinnen, ne? Bin noch da, ja. Und so, sind alle drinne? Mhm. Also, Scott ist drinne, LJ ist drinne und Marcel ist drinne, richtig? Just. Ich sehe da vier Leute auf dem Bildschirm. Richtig. Dann starten wir. Jetzt geht's los. Richtig. Letzte Runde. Ja. Letztes Game. Tam, K, 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 Jalaha, Baby. Ja, Mann. Jalaha, Baby. Letztes Game. Dann nach dir schlafen und stehen drei Stunden wieder auf zur Arbeit. Ich stehe in fünf Stunden wieder auf zur Schule. Oh. Ja, Digga. Es ist Schluss des Jahres, als ob wir noch irgendwas machen würden. Ist heute nicht Freitag? Ja, richtig. Ja. Ach so. Ah, okay. Ja. Ich dachte, es wäre jetzt so die Nacht von Freitag oder Samstag. Ah, ne, ne. Es ist jetzt, also jetzt, weil es Nacht wird, wo es ist. Freitag. Ja, ich bin heute ein bisschen dusselig im Kopf. Okay. Lass mal irgendwie da hin, oder? Ja. Egal, ich folge euren Direktions. Gelb. Ist es für dich besser, auf YouTube zu streamen oder auf Twitch besser gesagt? Was nutzt du mehr? Ja, ich streame immer gleichzeitig auf Twitch und YouTube. Also, ich bin jetzt auch gerade auf Twitch online. Und auf YouTube. Ja, aber wie machst du das dann in den Chat, wenn ich fragen darf? Ich habe, ich mache das alles über Restream und Restream zeigt mir auch die Chats an, von den beiden Streamers und zwar in einem Fenster. Ach so, okay. Deswegen ist das ganz geil. Da kann ich halt beide Chats sehen und bekomme alle Alerts, also von Follower, Donation, Egal, wo jetzt gespandet wird und so, äh, äh, gefollowed wird und so weiter. Okay, nice. Ja, finde ich ganz gut. Ist echt ein geiles Tool, sag ich mal. Ja, geh mal weg hier. Hallo. Mein Haus. Ich bin nicht zuerst gewesen. Mein Haus. Hast du eine Lizenz dafür? Ich habe es gekauft. Ich will es vermieten. Viel Glück dabei. Das sieht echt ranzig aus, das Haus. Ja, ich habe jetzt ein neues gekauft. Okay. Perfekt. Das ist meine Lieblingswaffe. Ich habe gar nichts. Ich habe gerade meine Shotgun. Ich habe gerade meine Ambrose. Danke, Eri, für dein Abo. Also auf Twitch. Danke. Bei YouTube hast du mich ja schon abonniert, das weiß ich ja. Aber danke für dein Abo auf Twitch. Äh. Ja, wer ist da? Ich habe eine M16. Ah, wer ist gerade gejoint? Ja, ich bin gejoint. Ja, ich bin gejoint. Wer denn? Wie weiß ich? Aziz. Aziz. Aziz, ah, hi. Hallo. Wir kennen dich auch von den letzten Tagen, ne? Ja. Gestern, glaube ich, oder? Gestern oder vorgestern? Keine Ahnung, ich war vor ein paar Tagen irgendwann. Kann nur gestern oder vorgestern gewesen sein. War das da, wo ich Krieg gemacht habe? Kann sein, ja. Dann war das vorgestern. Ja, ja, ja. Mal. Ich hatte eine M16 mit einem 8-fachen Zoom. Warst du der andere Schwarze? Ja. Ah, entspannt. Wo kommst du her? Also, Landsmann? Ähm, Umuren und Ghana. Ah, nice. Du? Äh, Senegal. Ah, okay. Also, Senegal und Deutschland, also, ja. Ich hab mir eben gerade zum ersten Mal Fufu gemacht. Und, ist geil? Ja, also, ist vor... Ich war echt überrascht, wie einfach das ist, Alter. Das ist krass, ne? Aber es schmeckt so geil. Ja, Mann. Was ist das, wenn man als absoluter Nicht-Scanner fragen darf? 16. Hä? Hä? Erklär du mal eben. Hm. Das ist ein... Gericht. Von uns... ... ... ... ... Schick dir mal einen Google-Link. So kann man so Daumen aufmachen, ja. Äh. Ich bin ja gerade in den Game. Das ist gerade ein bisschen kacke. Ja, und ich bin gerade am Genießen und möchte erst mal chillen. Ja, und Rest hast du nicht. Und zwar Fufu. Und zwar mit Chicken. Leider habe ich gerade kein Fleisch at home. Digga, ey, Karim, ich schwöre dir, ich war so traurig, als wir letztens bei Lenu waren und KFC hatte geschlossen, Mann. Ja, Mann, das war richtig abwacken. Was sie da zugemacht haben, ey. Du meintest hier in Bremen, ne? Aber ey, weißt du, was geil ist, LJ? Was war? Die haben wieder aufgemacht. Wie, die haben wieder aufgemacht? Die haben wieder aufgemacht. Hä? Okay, sie hat wieder aufgemacht. Warum hatten die dann geschlagen, mein Gott. Ja, eine Woche später hatten sie wieder offen. Wow. Grandios. Warte mal, äh, Mantel nie anziehen. Vergrößerte Hitbox. Ja, ich weiß, das hast du mir gestern auch schon gesagt. Äh, Matthias F. Moin. Äh, boah, Diggi, ich glaube, ich gönne dir ein Abo. Vielen Dank. Echt krass. Shit. Sieht aber echt nice aus. Äh, ja, sieht nice aus. Ist aber nicht vorteilhaft. Wow, okay. Ist das denn auch bewiesen? Ja, ich glaube schon. Ist mir aber auch so aufgefallen. Stand hinter einem Baum und der hat immer, hat minimal am Baum vorbeigeschossen und mich gekillt. Loi. Kommst du her, Bremen oder was? Bitte was? Kommst du aus Bremen? Ja, ich komme aus Bremen. Genau, bei mir an der Ecke. Fast. Du bist Aziz, ne? Ja. Ich habe sowieso den... Wieso da in der Ecke? Wo kommst du her? Schleswig-Holstein. Warte mal, wo Schleswig-Holstein? So ein bisschen über dir, so Hamburg in der Nähe. Ja, ich habe fünf Jahre in Hamburg gewohnt, in Bergedorf. Ja. Und davor habe ich, lustigerweise, in Schleswig-Holstein gewohnt. Für fünf Jahre, weil ich da meine Schule gemacht habe und, ja. Ich habe in Ketzeportes Holm. Ja, schon mal gehört irgendwie. Das ist zwischen der Münze und Kiel. Ah, okay. Ja, ich wohne weiter oben, schon fast an der dänischen Grenze. Ach, zur Meinung geht doch. Wenn jemand hier Rucksack findet, bitte Bescheid sagen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe auch nur in einer Rucksack. Ich wohne, ich komme mit einem Fahrzeug zu euch. Wo ist der? Hier bei Marcel, hier oben, über dem Master D. Und ein Fahrzeug ist hier. Das bin ich. Ich habe eine Glocke. Das ist Marcel da was? Nee. Ja, Marcel da was. Na jo, Marcel darf im Haus. Finde in der Rucksack-Tasche 2. Das ganz stimmt war das. Das ist gut. Das war das. Ja. Ich habe ein Motorrad geholt. So, warte mal. Hm, sehr gut zu wissen. Gut. Ich habe gerade mit Mesa telefoniert. Ja. Und der ist im Livestream bei Tanzverbot. Deswegen konnte er nicht antworten. Ach so. Ist er live mit ihm oder was? Ja. Ach so. Na gut. Stop. Aber wir sind ja jetzt eh in der Runde. Ja eben, von daher. Aber ich bin ja nach dem Match, bin ich ja leider weg. Hm. Ähm. Karim, ne? Ja, richtig, ja. Möchtest du vielleicht die M16 mit dem 8-fach Zoom haben? Ähm. M16 habe ich aber 8-fach Zoom werden, ja. Ja, weil... Ich glaube, du kannst damit noch viel mehr anfangen als ich. Liegt auf dem Boden? Nee. Warte mal. Jetzt ist... Ja, danke. Nachdenken, Nein zu sagen. Nein. Das ist physisch unmöglich. Ja, geht so. 8-fach Zoom ist immer so... Naja, geht so, ne? Also, ist immer so bescheiden. Ich meine, wenn die Gegner nah dran sind, bist du mit 8-fach Zoom total im Arsch. Dafür habe ich eine Uzi. Ja, ich habe dafür eine Armbrust. Ich habe eine Armbrust und eine M4, mehr habe ich nicht. M4 und das war's, ja. Ja, ich habe noch eine Glock. Dann haben wir noch... Obwohl, ich las... Ich lasse wohl... Ich lasse, glaube ich... Ich glaube, ich lasse die Armbrust hier und nehme die Schroffette mit. Besser, glaube ich. Für den Nahkampf. Ja, denke ich auch. Was ist denn die Zone überhaupt? Da. Na, noch Zeit. Ein bisschen jedenfalls. Ja, warte, ich muss mal kurz snappen hier. Wollen wir mal kurz hier. Hallo, Rosso, Neri, moin. Alter, er sagt in deiner Nähe, haha, an der deutsch-dänischen Grenze. Nein, ich bin bei 330 im roten Gebäude. 330? Hallo. Hallo, mehr, wir wollen. Wo denn? Unten, oder? Oben. Rot? Rot ist das Gebäude? Rot, ja, rot ist und noch mehr. Da geht's wohl zur Sache. Okay. Lass mal da wegbleiben. Sie sollen sich gerne abschlachten, aber ohne mich. Wir stürmen das Gebäude. Ne, man. Ne. Wir haben schon mal gestürmt und da sind wir voll draufgegangen. Das Motorrad, sollen wir das zurücklassen? Ja, brauchen wir nicht. Ist erstens zu laut und zweitens können ja nicht alle mit. Ja, stimmt. Tun wir, das ist hinter uns und noch ein Fahrzeug. Ja, hier ist ein Auto. Okay, dann lass uns das nehmen. Und wir verpissen uns. Ja. Aber noch nicht, noch nicht, noch nicht laut. Ich werde mal Deckung benutzen. Das Auto als Deckung benutzen ist an sich eine schlechte Idee, weil wenn die das hochjagen, dann bist du weg. Ja, aber erst mal brauchst du ein bisschen nass davon. Ach ja, ich werde vielleicht hier auf dem TS-Supporter. Ja, nice. Ja. Ich bin bei Deathwass-Supporter. Cool. Ich bin nirgends-Supporter. Durch Deathwass bin ich ja zu Tato-Bugzeichen gekommen, weißt du? Ich werde dir gar nix mehr bieten hier. Das war bildlich, ich hatte konstanz hier gekommen. Die Zunge ist hinter uns. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ja, okay, wer fährt dich nicht? Ruhig fahr. Ich bin einsteigerin. Ach scheiße, das war ne schlechte Idee, ich hätte fahren sollen. Fahr hier aber vorbei. Was, Digga, die sollen gucken, da gibt's Drive-By-Shutty. So, ne Ruhe und so. Jetzt, Nitro. Kein Dorn, war das? Ich weiß. Autsch. Sorry, da waren Steine hinterm Hügel. T, T. Alle tot. Jetzt so. Ohohoho. Glaubt man nicht, dass es hier sowas wie Raketenwerfer gibt? Ne, noch nicht. Da hat wer geschossen. Oh, da. Hi. Danke für dein Abo. Hallo, wer ist denn da? Ja, da ist wer auf dem Hausdach. Wer? Luisa. Ach, Luisa, hi. Ich wollte euch nur gute Nacht sagen. Alles klar. Danke, gute Nacht, schlaf gut, ne? Digga, ich ausgedockt. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Ich hab den so ins Gesicht gewixt, ey. Gut. Also, der auf dem Dach ist weg. Der ist lockt out. War doch nicht tot. Lockt out, nicht tot. Lockt out, nicht tot. Lockt out, nicht tot. Ihr wurdet halt noch überhaupt nicht gelootet, ne, Leute? Ihr wurdet noch überhaupt nicht gelootet, Leute. Da sind Leute, ne? Digger, ich stürm das Dach. Scheiß drauf. Jetzt mal ohne Witz. Ja. Ist wer dabei? Ja, ich. Ich hab die jetzt zweimal genock outet, Digger. Ich schwöre dir, wenn die jetzt nicht down gehen, dann fick ich deren Mütter zum Tode. Sehr gut. Sag das im Stream. Oh, ist das gut. Ist doch immer raus damit. Oh, Lund. Was? Hä? Der heißt Karim 915, Alter. Was los? Ah, geh weg da, geh weg da. Ey, ey. Der heißt Karim 915, Alter. Was los? Der hat meinen Namen geklaut. Ich heiße Karim, nicht er. Jungs, kommt her. Wo seid ihr? Ne, jetzt hau. Nicht da, wo du bist. Helft uns. Stormt. Wir sind beide am Arsch. Der kommt rein, der kommt rein, der kommt rein. Oder ist das ein Mate? Keine Ahnung. Versteckt mich unter den Tisch? Ne, das geht gar nicht scheiße. Da draußen laufen Leute rum. Ich weiß, ich hörs. Oh, ihr seid so weit weg, Alter. Was ist los mit euch? Ja, der hat da ge... Ah, verklemmt, Alter. Ja, ich komm, ich bin auf dem Weg nach unten. Hier sind rechts von mir, sind welche? Ist alles voll, doch. Ja, ich hörs. Danke. Danke, JJ Abrahams. Du hast es verstanden. Oh ja, komm, leck mich. Ich bin auch tot. Bin so gut tot. Bitch. Ich bin so gefickt, Alter. Ja, und ich bin... Ich hab noch... Ja, ich hab... Ich schaff das nicht. Da sind so viele Leute. 4, 3, 2... Na, fuck. Falsch getimed. Scheiße. So, wenn die mich jetzt noch einmal low machen, bin ich sowieso tot. Weil ich hab keine Medikets, gar nichts mehr. So, ab jetzt hab ich keinen Mediket mehr. Jetzt kann ich mich auch nicht mehr heilen. Ich hab keinen Engel, ich hab nichts mehr. Solltest du zu mir kommen. Bei mir ist noch ein Arztkoffer drin. So, muss gucken, wie ich hier sicher wegkomme. Warte mal. Ja! Lecken. Lecken. Gut, wie spät ist es? Alles klar, gut. Äh... Ein Stream ohne Beleidigung ist kein guter Stream. Richtig. Richtig, äh... Eri. Direkt. Rex Caps. Nee, ich kann keine mehr machen, weil ich... Ich muss dann drei Stunden zur Arbeit. Nein. Hallo! Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. War schön wieder mit euch. Ich werd morgen wieder streamen. Also heute. Also ich werd nachher wieder streamen. Also wir sehen uns in ein paar Stunden. Also nach der Arbeit im Prinzip geh ich wieder live. Alles klar. Bis dahin. Ciao. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ciao.